Mich se begrüßen alle herzlich zur Folge 53. Du hast so viel Kommentar in diesem Rik. Mich se gefällt das. Ich se mag se. Mich se mag se Jar Jar Bing se. Ich se nicht se bin se wahre Star Wars Fan. Herzlich willkommen zur 53. Folge vom Stone Wars Podcast. Und heute ist der ruhige Podcast, weil uns ist gerade aufgefallen, wir haben so gut wie keine Themen diese Woche. Es wird richtig, richtig ruhig, entspannt. Wir lassen das Jahr ausklingen, schlittern in Weihnachten hinein und sind ganz, ganz entspannt. Besinnlich? Besinnlich, genau. Besinnlich heißt es, heißes Wort. Ja, nee, aber ich habe Lust. Ich habe Bock auf den Podcast. Und so schlimm wird das auch nicht mit dem Themenmangel. Im Notfall spoiler ich einfach mittendrin völlig unvoreingenommen Episode 9 für alle. Nein, keine Angst. Also um das aus der Welt zu räumen. Ich war gestern in der Pressevorführung. Es war sehr schön. Aber ich werde in dieser Folge noch nicht über den Film reden. Snoke ist der Vater von BB-8. Mann, ey. Spoiler! Ja. Ja, stimmt. Ist richtig. Nein. Ja, wie geht es dir? Du bist guter Laune, wie man merkt. Ja, endlich wieder. Gott sei Dank. Sehr schön. Geht es dir auch ansonsten gut? Nein, aber dir? Oh Mann, mit dir kann man diese Frage wirklich auch einfach nicht stellen. Mir geht es gut. Ich habe jetzt auch so diese Jahresendgefühle. Also bin so, bin auch so ein bisschen, langsam kommt so die Weihnachtsstimmung, aber auch so dieses, diese Weihnachtsmüdigkeit. Also dass ich auch einfach, man sieht ja auch an Stonewalls ehrlich gesagt, ist die letzten Tage nicht so viel passiert. Ich habe ein paar Sachen im Hintergrund gemacht, aber so richtig war die Motivation dann auch nicht da und keine Ahnung. Es war so eine Tiefphase. Aber der Podcast kommt natürlich trotzdem und mir geht es eigentlich sehr gut, weil ich gestern dann Star Wars gesehen habe. 2D-OV sind die Pressevorführung, also gestern auf Englisch und heute kommt dann 3D-Deutsch hinterher, habe ich also beide Bild- und Tonspuren dann mal gesehen. Ja, bin ich, also ich freue mich auch nochmal auf heute Abend, ganz regulär ins Kino zu gehen, mal so die Reaktionen der Fans mitzuerleben, weil so Pressevorführungen sind so mittelgut besucht. Selbst bei Star Wars fand ich das extrem leer. Oh krass. Und ja, ich glaube also in Köln war das Ding, das von den großen Influencern, sage ich mal, die waren alle auch schon für den Abend eingeladen. Also in Köln war ja nicht nur die Pressevorführung im Cine-Dom, sondern abends auch für ganz Deutschland so ein Gala-Screening, wo quasi auch große Influencer und C- bis D-Prominente irgendwie eingeladen waren. Wahrscheinlich auch A-Prominente, die sind nur alle nicht gekommen. Ist das dieselbe Veranstaltung, wo unser A-Prominenz-Hörer war? Genau, da war Max auch. Der hat neben der Frau Ochsenknecht gesessen, glaube ich. Ja, aber die Frau oder Tochter Ochsenknecht, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube Frau. Vielleicht kann er das ja nochmal, wahrscheinlich kann er das ja nochmal. Nein, wir haben über Natascha Ochsenknecht geschrieben. Okay, wenn das, ich weiß nicht, ob das Frau, Tochter oder Oma wäre jetzt. Das müsste Frau sein. Okay, gut. Ja, ähm, ne ja, das war die Veranstaltung. Ähm, und die wurde aufgebaut, als wir gerade da gekommen sind. Das war ganz witzig. Dann dachte ich irgendwie so, oh, die bauen aber groß für uns auf, aber es war halt nichts fertig. Und dann war klar, naja, nee, das ist für abends. Die bauen für die Presseversicherung keinen lebensgroßen TIE-Fighter direkt vor das Kino. Ist aber seltsam. Ich frage mich, ob Frau Ochsenknecht sich von Max ein Autogramm hat geben lassen. So, oh, guck mal hier, ein Stonewaran. Der Hörer vom Stonewars-Podcast, da brauche ich eine Unterschrift für. Da hast du was mit losgetreten, ey. Hammer, oder? Ich hab das sogar schon als Hintergrundbild gesehen, Stonewaran. Ja, heute Morgen wollte sich ein Leser, wenn ich es richtig gesehen habe, die Domain sichern. Ja, Kevin hat danach gesucht, glaube ich. Ja, Stonewaran.de. Äh, nee, ist noch frei. Also, falls, äh, nee, ich sichere mir die gleiche weg, damit da niemand Quatsch mitmacht. Das wäre aber lustig, wenn der, ähm, der Kevin ist ja der Profi-Nerd, dann könnte der seinen Podcast da drauf hosten. Ein Technik, ein Technik-Podcast namens der blaue Pin auf, äh, Stonewaran.de. Ja, sehr schön. Ach ja. Nein, aber deshalb geht's mir gut. Ähm, das führt aber auch dazu, dass der Podcast heute wirklich mal, haha, Running Gag, nicht so lang wird. Weil, äh, ich muss gleich ins Kino und vorher das ja noch irgendwie kurz schneiden, falls wir zwischendurch wieder irgendwas sagen, was rausgeschnitten werden muss und, äh, hochladen. Deshalb, ähm, haben wir jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Dum, dum, dum. Oder vielleicht auch eine Stunde, 20 Minuten. Und, ähm, können in der Zeit wieder die Themen der Woche zusammenkramen. Aber da wir jetzt schon so ausführlich über unsere Befindlichkeiten gesprochen haben, ähm, können wir mal auf die Befindlichkeiten der Leser eingehen, oder? Du hast bestimmt wieder ein paar tolle Kommentare rausgesucht. Ja, und wenn, äh, beim über, über, übernächsten Mal die Leute wieder, ähm, mitgefühlen, äh, finden wollen, äh, dann können sie kommentieren und mitdiskutieren. Wir diskutieren diesmal unter stnw.rs slash Folge 53, ähm. Oder einfach auf stonewars.de slash Podcast. Äh, exaktemento. Ähm, dazu kurz noch eine Sache, weil du jetzt gerade sagtest, beim über, übernächsten Mal, nochmals Info, also die nächsten zwei Wochen, ähm, am 25. und am 1., da wären ja reguläre Podcast-Termine, da fällt aber der reguläre Podcast aus, es kommt aber was. Ähm, auf jeden Fall kommt am 25. meine absolut mit Spoilern gespickte Review zu Episode 9 für all die Leute, die, äh, Bock haben, mich quatschen zu hören über Episode 9. Die nehme ich nämlich morgen auf, wenn ich den Film ein zweites Mal gesehen hab. Und, ähm, die kommt dann, ja, am 25. und dann könnt ihr die irgendwann bis Silvester hören, wenn ihr Star Wars auch gesehen habt. Und wenn ihr Star Wars eben noch nicht gesehen habt, dann bewahrt ihr euch die für ganz irgendwann später mal auf. Ja. Und am 1. fällt uns auch noch was ein. Und am 1. kommt auch noch was. Genau. Dann nehme ich aber über, übermorgen was auf. Genau. Und dann, äh, haben wir die, äh, haben wir die zwei Termine quasi belegt. Das heißt, es gibt keine richtige Pause. Aber wir nehmen halt keine aktuellen News-Folgen auf, ähm, da machen wir genau so ein bisschen. Es wird aber auch nicht so viel News passieren, wahrscheinlich. Außer, dass am 27. im Einzelhandel Zeugs sein wird. Genau. Also die Neuheiten, die halt kommen oder die News, die kommen, sind auf jeden Fall, ähm, die Neuheiten, die halt in den Handel kommen. Ähm, sowohl Ende Dezember als auch Anfang Januar, unter anderem das Modular Building und so. Das wird auch alles im Blog, ähm, ähm, betreut. Also der Blog, äh, steht nicht still. Ähm, da wird auch die nächsten Tage wieder ein bisschen mehr kommen. Hoffe ich doch mal nicht ganz so, ähm, wenig wie jetzt die letzten Tage. Aber seht uns das bitte nach, dass es gegen Ende des Jahres auch einfach mal, ja, ein bisschen ruhiger wird und nicht ganz so viel. Wir haben ja jeden Tag auf jeden Fall den Adventskalender. Eigentlich soll auch noch jeden Tag mal mindestens ein anderer Artikel kommen. Und, äh, im neuen Jahr geht es dann auf jeden Fall auch frisch weiter mit wieder 20 Artikeln am Tag. Nein, aber drei, vier, fünf, äh, dann ist mir immer lieber drei, vier gute Artikel als zehn schlechte. Deshalb, ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass ja heute Mittwoch ist. Ja, wie immer, wenn wir podcasten. Ich dachte, wir hätten Donnerstag und wir hätten den Podcast um einen Tag verschoben. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie... Wie hatte ich, hatte ich aber doch sogar einen Leser gefragt, ob wir den Podcast verschieben und du hast gesagt, nein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin... Vielleicht ist das deshalb in deinem Kopf. Ja, genau, genau sowas war das. Ähm, gehen wir mal auf die Kommentare ein. Ganz, ganz viel Feedback gab es zu, äh, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Mhm. Ähm, und der allgemeine Konsens ist, it's done when it's done. Ja. Also habe ich das formuliert, äh, im Prinzip. Also so, wenn fertig, schmeiß raus, äh, wer einen Termin haben will, kann sich den selber basteln, indem er dann am Donnerstag das erst hört und schon mal in seinem Podcast schon lädt. Ja, ähm, so sehe ich das tatsächlich auch. Ähm, freut mich, dass die Leute da übereinstimmen. Es gab ja einfach ein paar Feedback, äh, Anfragen dazu. Ähm, aber die Mehrheit scheint da zu sagen, dass es ihnen wirklich egal ist. Ja. Deshalb machen wir das weiter, so wie bisher, it's done, wenn it's done, wenn wir fertig sind, mit aufnehmen, schneiden, hochladen, kommt er eben. Ähm, Johannes, äh, sagte, ähm, auf dein Zitat, ähm, was du, ähm, angebracht hast, ähm, wo, mit dem ich in dem Moment nichts anfangen konnte, obwohl ich, äh, ähm, das auch tatsächlich hätte verorten sollen, können müssen, aber, äh, ich bin ja ein zu junger Haki, äh, 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 schrieb, ich oute mich mal und ordne das Zitat ein. Gemischtes Hack, bestes Hack. Ja, ähm, genau das Zitat war ja, glaube ich, das ich in Marburg studiert habe, das wissen ja die allerwenigsten. Ähm, ein Zitat vom guten Felix Lobrecht aus dem zweitwichtigsten Podcast Deutschlands gemischtes Hack, direkt nach dem Stonewalls-Podcast. Flo hat sich gemeldet und, ähm, etwas mehr noch erzählt, aber, ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, aus seinem Kommentar habe ich nur mal einen Auszug rausgenommen bezüglich Weihnachtskalender. Ihr habt das ja im Podcast schon bezüglich Aufwand angesprochen, aber macht ihr in dem Podcast nach dem 24.12. noch einen Rückblick? Also mit Antworten auf Fragen wie, hat es im Großen und Ganzen Spaß gemacht oder überwog der Aufwand? Würdet ihr das nächstes Jahr wieder machen und wenn ja, was vielleicht anders machen? Ähm, ja, können wir jetzt ja eigentlich schon mal drauf eingehen, weil jetzt, ich denke mal, wenn wir da im Januar dann drüber reden, ähm, macht das nicht so viel Sinn. Mhm. Deshalb würde ich das jetzt schon mal kurz ansprechen. Also der Adventskalender, ähm, ist ja abgesehen von den, also die Fotos für die Minifiguren und so, das hat alles Rick gemacht. Das heißt, da kam wahnsinnig viel Vorarbeit schon rein, ähm, da bin ich ganz froh drüber. Das würde ich auf jeden Fall wieder so machen, dass das alles vorgearbeitet ist. Ähm, und dann der Rest des Adventskalenders, ja, äh, überwiegt der Spaß oder der Aufwand? Hm, wenn ich ehrlich bin, der Aufwand. Also den zu machen ist tatsächlich wenig Spaß, vor allem, weil wir schreiben ja keine, also manchmal macht das Rätsel erstellen Spaß, aber gerade, wenn man mal einen Tag jetzt, äh, nichts Cooles machen kann, weil man ja beispielsweise kein Bild machen kann oder so, man ist unterwegs und da muss man sich eine Frage ausdenken und jetzt so in den letzten Tagen fällt es einem auch schon mal schwierig. Also gestern kam, ähm, von mir die Frage, was denn das Lieblingselement, ähm, von jemandem ist. Das war eine Anregung, ähm, die ich von, ähm, von Jonas Kram bekommen habe. Vielen Dank an der Stelle. Der hatte sich da, äh, hatte mir noch ein, hatte mir das quasi zugeschickt als mögliche Frage für den Adventskalender. Ähm, und da ist mir auch sonst den Tag einfach nichts anderes eingefallen. Äh, man hat gesehen, dass einige Leser das falsch verstanden haben und haben dann ihr Lieblingsset gepostet. Ähm, aber gut, ist, ist jetzt nicht so tragisch. Es war ja auch eigentlich eine reine Verlosefrage. Also jeder, der in die Kommentare schreibt, hat da dann eine Gewinnchance. Man sollte jetzt schon ein Element nennen, aber ist jetzt nicht allzu tragisch. Aber fürs nächste Jahr... Du hast sie dann nicht aussortiert, die dann gesagt haben... Ich habe noch gar nicht durchgeguckt, ehrlich gesagt. Es fehlen jetzt noch ganz viele Tage in der Auslosung. Also das ist das, was jetzt mich auch am meisten stört, dass jetzt gerade noch viele Antworten offen sind von Rätselfragen, die wir gestellt haben und auch die Leute noch nicht ausgelost sind, die E-Mails sind noch nicht verschickt. Ich habe schon mal eine Fuhre an Gewinn losgeschickt, aber ich glaube nur bis zum 6. oder 7. Dezember. Alles danach ist jetzt noch offen. Ähm, ich versuche noch diese Woche vielleicht ein paar Sachen rauszuschicken. Ähm, und, ähm, ja, Auslosungen zu machen. Ansonsten, wie ich das ja am Anfang auch gesagt habe, kommt das dann irgendwann im Januar. Aber ehrlich gesagt bin ich froh über alles, was schon vor Januar erledigt ist. Ja. Ähm. Wenn ich ganz kurz dazu noch sagen kann, ähm, ich hatte mich ja total drüber gefreut, die, ähm, Sachen aufzubauen, aufzumachen, ähm, Fotos zu machen und so. Auch das war halt gar nicht so viel Freude, wie ich dachte, weil es dann erstens einen komplett wegspoilert, ähm, zweitens es so ein Fließband, äh, Ding ist. Also ich habe gemerkt so, ähm, dass ich von Kalender zu Kalender auch effizienter geworden bin, indem auspacken, aufbauen, fotografieren. Ja, das glaube ich auch. Du machst ja dann 96 Türchen auf, bist froh über jede Minifigur, die kommt, weil die schnell zusammengebaut ist. Ich, ich, ich muss sagen, ich hatte trotzdem halt Freude dran, aber es war so ein, es hat so was von Fließbandarbeit. Ja. Abwechslungsreich, aber es ist halt Fließbandarbeit, ähm, und es hat was mit deinem Hobby zu tun, was du sowieso gerne magst, ähm, aber grundsätzlich war so dieses, dieses, äh, Feeling von wegen, haha, ich kann einen Adventskalender jetzt direkt auf einen Schlag aufmachen und alles mir angucken. Ja, irgendwann so nach dem 30. Türchen ist es dann auch mal gut. Ja. Ja, ähm. Also ich mache das gerne wieder. Genau, also das war ja im Prinzip auch die Frage, würden wir das nächstes Jahr nochmal machen? Da würde ich sagen, ja, also da sehe ich kein Problem mit, außer halt der Tatsache, dass ich nächstes Jahr gerne alles erledigt hätte davor. Das heißt, nächstes Jahr stehen schon von vornherein Preise fest, von vornherein Fragen und Antworten fest, sodass nur noch jeden Tag quasi, das muss nur noch jeden Tag auf Veröffentlichen gedrückt werden und, ähm, dann muss ausgelost werden und dann wird das in die Post gelegt, ohne dass ich hier dann noch an einem Tag dann irgendwie zehn Sachen verpacken muss, was irgendwie mit schlechtem Verpackungsmaterial ewig dauert. Und, ähm, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage heute, hey, ich verschicke die restlichen Dinger, da muss ich erstmal alles auslosen, dann muss ich die Leute anschreiben, muss mir die Adressen zukommen lassen, ähm, und dann das Ganze verschicken, zur Post bringen und so, da geht auch einfach für zehn Pakete mal locker ein halber Tag drauf. Und das wäre ich froh, wenn das vorher gemacht wäre. Und vielleicht würde ich mir dann nächstes Jahr, wenn wir vielleicht auch für Stone Wars noch ein bisschen mehr Verstärkung haben, auch einfach noch Hilfe holen. Dass einfach jemand hier ist, der zum Beispiel Pakete packt für sowas, ähm, oder so, ähm, sich Fragen ausdenkt. Und, ähm, oder wir machen vorher schon mal, äh, Brainstorming mit der Community für bestimmte Fragen. Wobei die natürlich, ist halt doof, wenn, wenn Leser die Fragen stellen, dann können sie sie halt auch selber beantworten. Ähm, ja. Ich mag übrigens unsere heutige Frage. Das ist, glaube ich, bisher mein absoluter Liebling, mein absolutes Lieblingsrätsel. Und ich glaube, es ist auch am schwersten bisher. Leider gibt es dafür nur ein Polybag zu gewinnen, da hätte man eigentlich einen größeren Gewinn machen müssen, aber ich kann nicht jeden Tag ein ganzes Set verlosen. Ähm, dafür reichen auch tatsächlich die Vorräte, die ich hier habe, einfach nicht. Das, ähm, wäre dann einfach ein sehr teurer Spaß. Das teuerste ist zwar fast bei allem irgendwie das Paket verschicken, aber trotzdem. Ja, auch hier bei dem, bei dem heutigen wäre ich komplett raus. Ich wäre total überfragt. Also ich weiß es ja. Ja, ich auch. Aber ich wäre komplett raus. Ja. Wir wollen es ja auch nicht verraten. Die Leute haben bis heute Abend noch Zeit. Ähm, es ist ja eine Frage dabei, die vielleicht ein, äh, oder ein, ein zweiter Teil der Frage, der vielleicht schon ein klitzekleiner Hinweis sein könnte. Mhm. Ähm. Mal schauen. Ich gucke mal gerade rein, ob schon überhaupt schon jemand eine Mail dazu geschickt hat zu dem Thema. Weil der ist jetzt ja ungefähr eine halbe Stunde draußen, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Und es ist noch keine Antwort. Krass. Noch keine einzige Antwort. Ui, ui, ui. Krass, 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 krass. Ja, aber da muss, da muss schon irgendein Nerd rankommen. Schade. Vielleicht hätte ich mir doch ein cooleres, ähm, ein cooleres, äh, einen cooleren Gewinn überlegen müssen, damit mehr Leute sich auf die Suche begeben. Hm. Ähm, obwohl ich, also ich finde gerade das, äh, diesen Gewinn besonders, äh, cool tatsächlich. Also ich mag den. Ja, aber es ist ja nur ein, also es gab jetzt ja auch letztens relativ einfach, äh, zu gewinnen das, ähm, das Badmobil, was ich mal angekündigt hatte, zu verlosen, das Kleine. Das war, glaube ich, für so unter der Woche ein ganz schön großer Gewinn, weil das, keine Ahnung, bei, bei wie viel Euro das jetzt bei Ebay steht, da gab's dann auch relativ rege Teilnahmen. Muss ich auch noch auslosen, mach ich auch noch. Ähm, spätestens morgen. Ich weiß nicht, heute nach dem Podcast werde ich's wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Naja, dann lass uns mal, äh, weg von dem Adventskalender. Ich glaube, die Antwort, äh, hat Flo jetzt. Es wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder was geben und wir werden's, ähm, besser vorbereitet haben. Ja. So, ähm, Stefan hat sich die Mühe gemacht, ähm, eine Auswertung zum Bart-Trage-Verhalten der City-Figuren 2019 zu machen. Find ich großartig. Und, äh, ich fand's so gut, ähm, also er schrieb, ähm, oder er schrub, geschrubbelte, äh, als Fazit vorneweg, der Bart ist in der Gesellschaft der Lego-Welt angekommen. Äh, in der Mitte der Gesellschaft der Lego-Welt angekommen. Insgesamt gibt es drei und acht, äh, 38 bärtige Personen, darunter drei Bösewichte. Letztere tragen zwei, äh, von letzteren tragen zwei einen Drei-Tage-Bart und einer einen komischen Backen-Bart, Backen-Voll-Bart. Es gibt neun, ähm, Bösewichte, davon sieben männliche. Ah, okay. Es gibt also eine Bartquote von total 33,33% oder geschlechterbereinigt 42,86%. Damit liegt die Bartdichte über der restlichen City-Bewohner. Bei 137 netten City-Bewohnern sieht es wie folgt aus. Zehnmal Vollbart, dreizehnmal Drei-Tage-Bart, zwölfmal Schnur- und Ziegenbart. Somit haben wir hier einen nicht geschlechterbereinigten Bartträgeranteil von circa 25,6%. Da ich das Geschlecht teils nicht eindeutig zuordnen kann, gibt es hier von mir keine Quote einzig für die XY-Chromosomenträger. Interessant wäre jetzt natürlich zu sehen, ob sich und wie sich das seit Einführungbärtiger Gesichter verändert hat. Ja, aber ich liege nicht ganz falsch damit, dass die Bartragerquote unter den Verbrechern auf jeden Fall mal höher ist als unter den Nicht-Verbrechern. Aber vielen Dank für diese Insights. Sowas liebe ich ja. Großartig. Nerds lieben Listen. Immer, ja. Aber schon... Welcher stärker war das denn eigentlich? Ähm, Stefan, Stefan. Stefan, Stefan, okay. Also ich habe jetzt keinen weiteren Namen dazu gesehen. Naja. Ähm, ich finde es halt cool, dass wir so sagen können, ein Drittel Barträgerquote bei den Bösewichten und ein Viertel Barträgerquote bei den City-Bewohnern. Ja, 2019 nur. Ja. Und dann müsste man mal auf alle Minifiguren jemals machen. Das wäre auch witzig. Aber dann kommt natürlich auch die Frage, was ist bei den Rittern gut und was ist böse und so. Ja. Ähm, genau. Ähm, dann haben wir noch Jonas zum Thema fleischfarbene Minifiguren. Oh ja. Äh, die Standardfarbe für den hellen Hautton ist Light Flash, laut Bricklink. Light Nougat, laut Lego. Dunkle Hauttöne. Also es gibt ja immer, das nur kurz zur Erklärung, es gibt immer zwei verschiedene Farbbezeichnungen oder oft zwei verschiedene, ähm, eine, die bei Bricklink benutzt wird, das ist eigentlich die gängigere tatsächlich und dann die offizielle Farbbezeichnung von Lego. Ähm, also Light Nougat wäre die offizielle von Lego, Light Flash die von Bricklink. Dunkle Hauttöne, wie zum Beispiel bei Özil, werden dann mit Flash, wie von Bricklink, oder Nougat bei Lego oder Reddish Brown, wie bei Boateng dargestellt. Manchmal kommt es auch zu Medium Dark Flash Bricklink, Medium Nougat, Lego zum Einsatz, zum Beispiel bei Tonto aus Lone Ranger. Trotzdem rede auch immer, äh, auch ich immer davon, dass meine Figuren Flash sind, obwohl sie natürlich meist Light Flash sind. Lukas, du kannst also hier, äh, kannst sie also genauso weiter nennen und lass dich nicht von den Bezeichnungen verwirren. Die Farbnamen von Lego benutzt eh niemand und braucht man höchstens für mal Bestellung für Steine und Teile. Ja, genau. Äh, vielen Dank für die, für die Aufklärung von, äh, vom Teile-Experten. Jo, die, äh, äh. Ich glaube, Jonas würde auch das Rätsel von heute tatsächlich, ähm, mit, mit einem Augenzwinkern lösen. Wahrscheinlich vielleicht sogar aus dem Kopf. Aber er wüsste auf jeden Fall, wo er gucken muss. Ähm, ich, ich fand das lustig, dass wir so, so ein bisschen, äh, den Nerdgasmus ein bisschen, äh, in den Kommentaren, äh, ausgelöst haben. Also, so, äh, wir haben Statistiken, wir haben, äh, genaue, ähm, Bezeichnungserklärungen und sowas. Das fand ich super. Ja, ich finde es halt, ich, ich mag es halt, wenn sich, wenn wir so verschiedene Experten zu verschiedenen Themen haben, gerade die Themen, wo wir jetzt nicht mit Fachwissen glänzen. Und das muss man einfach mal sagen, wir sind beide keine Teile-Profis. Ne, ich arbeite dran. Ich auch, ich auch, ich, äh... Nein, ich nicht, es war ein Witz. Also, ich hab das, ich bin, äh, zwar anteilig Nerd, aber das geht mir dann auch zu weit. Wahrscheinlich ist es bei mir relativ automatisch, dass ich dann irgendwann Zahlen auswendig kann zu irgendwelchen Sachen. Das passiert bei mir leider, äh, relativ häufig. Ähm, aber, äh, grundsätzlich, ähm, ist das bei mir nicht so, dass ich sowas dann wirklich lernen möchte, weil es mich einfach nicht genug interessiert. Ja, bei mir ist jetzt einfach, ähm, ich hab bei Lego, bei Lego sag ich schon, bei Lidl, auch vier Buchstaben fängt mit L an, bei Lidl mir jetzt, ähm, weil sie kurzfristig wieder lieferbar waren, mir meine ersten Lego-Kleinteile-Sortiermagazine bestellt, ähm, mit 33 Schubladen und ich hab gedacht, direkt mal zehn Stück, damit ich auch direkt kleinteilig anfangen kann zu sortieren. Deshalb hab ich demnächst 330 Fächer, wo ich verschiedenfarbige Teile, ähm, und verschiedene Teile reintun kann. Da bin ich mal gespannt und spätestens, wenn ich mich da ransetze an das Sortieren, wobei ich noch nicht weiß, wann ich das eigentlich machen soll, aber hey, äh, wird schon irgendwie gehen. In deinen Ferien. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Das war ein lustiger Witz eigentlich. Hm, witzig, Ferien, hahaha, Urlaub, witzig, ähm, ja, aber dann werde ich mal sortieren und dann lerne ich bestimmt auch ein bisschen was über Teile und Farben und so. Ähm, das, das Lustige ist ja, du hast ja in jedem dieser Fächer, also insgesamt zehn Stück hast du ja so große Fächer im Prinzip, äh, wo du halt größere Teile auch einbauen kannst. Das find ich eigentlich auch sehr, sehr, äh, clever. Ja, also für die großen Teile hab ich tatsächlich aber auch, ähm, ähm, ne, noch, noch größere Boxen, äh, wo mir jetzt gerade der Name nicht mehr einfällt. Bestimmt Sammler von Ikea. Ne, 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 ne. Ja, die hab ich auch, aber, äh, ich meine hier so Ausziehfächer in groß, ähm. Ach, die? Ja, egal. Die gab's letztens, die es bei Amazon auch, äh, zum Black Friday so günstig gab, hab ich aber nicht mehr, nicht mehr nachgekauft, leider. Ähm, ja, egal. Davon hol ich mir vielleicht auch noch mal welche, wenn ich größere Teile hab. Aber ich glaube, mit den, mit den Kleinteilen hab ich auch schon mal eine Menge. Aber dann würde ich irgendwann auch mal anfangen, meine Sets, die ich eh nicht ausgestellt habe, zu zerlegen, zu teilen und endlich mir auch mal Zeit nehmen, was zu mocken. Das ist einer der Vorsätze für 2020. Mal schauen. Vielleicht, ähm, kann ich an dieser Stelle auch mal, ähm, äh, kurz eingrätschen. Ich werde relativ, ähm, häufig gefragt, ähm, weil, dass ich in der letzten Zeit, also auch in unserem, äh, Telegram-Chat von Stonewars, ähm, warum ich denn aktuell Lego so viel auspacke, äh, also einpacke, verpacke und nichts mehr baue und nicht mehr auspacke. Ähm, ähm, das liegt daran, dass ich meinen, ähm, meinen Nerdcave ein bisschen umstrukturieren will und mein Lego-Regal, äh, demnächst ein schönes Küchenregal werden wird. Und deswegen muss es leergeräumt werden, ähm, und dann wird an die Stelle des Lego-Regals ein anderes Regal wandern, was dann ein Aktenschrank werden wird. Und dorthin, wo der Aktenschrank jetzt ist, wird, ähm, ein neues Regal kommen und dort wird, ähm, eine kleine Chinatown, ähm, entstehen. Unter anderem, also es werden mehrere Teilbereiche kommen. Ganz oben wird, äh, so eine Star-Wars, äh, Ausstellungsgeschichte sein und, ähm, da drunter wird dann halt die City sein und da drunter werden dann Fächer für, ähm, äh, für Einzelteile und Kartons und sowas, äh, hinkommen. Nee, nicht Kartons. Wie heißt das? So Kisten. Ähm, also Sortierkisten und sowas. Ähm, und dann wird mein Schreibtisch auch wieder umwandern. Und dann muss halt Jonas auch noch mal ein neues Setup bauen. Wow, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall jetzt so der Plan, ähm, wenn, wenn ihr irgendwo lest, so, äh, Rick hat schon wieder irgendwas eingepackt, dann liegt das daran, äh, dass ich halt, äh, gerade meine Nerd Cave umbaue und ein bisschen, ein bisschen anders klassifizieren werde. Sehr schön. Dann gab's noch einen Kommentar von Jukebox Romeo 1973. Ähm, hallo, ich bin der Meinung, dass ihr eure Überschriften nicht ändern müsst. Was? Er ist nicht der Meinung. Hallo, hab ich das nicht gesagt? Hallo. Hallo, ich bin nicht der Meinung, dass ihr eure Überschriften ändern müsst. Nur weil sie einem Leser nicht passen. Ich lese und höre Stone Wars, weil es eben so ist, wie ihr es macht. Wenn jetzt jedermann mitzubestimmen hat, ist es schon bald nicht mehr dem Blog, den ich so sehr mag. Wem eure Art zu schreiben nicht passt, der muss ja nicht mitlesen. Aus diesem Grund lese ich auch keine Bild-Zeitung. Und was den Clickbait-Vorwurf, beziehungsweise den häufigen Vorwurf des Geldverdienens angeht, ich denke nicht, dass es verwerflich ist, mit einem Blog Geld zu verdienen. Ich gehe morgens auch nicht zu arbeiten, um meinem Chef einen Gefallen zu tun. Ja. Ähm, spricht mir an vielen Punkten natürlich aus dem Herzen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe denen ganz, ganz bewusst diesen, das ist nur ein Beispiel. Jukebox Romeo hat mir am besten gefallen von dieser Aussage. Die Aussage gab es aber mehrfach in den Kommentaren, weil das ein bisschen beim letzten Mal auch Thema war und eine Rückfrage. Ich glaube, auf diese gewissen Kritiken nimmt man oft zu viel Rücksicht. Also, man möchte ja natürlich jedem seine Erfahrung bieten, ähm, wie sie optimal ist. Ähm, aber es sind halt immer diejenigen, denen es irgendwie nicht so gut gefällt, die mehr kommentieren, als die, denen es gut gefällt. Ich muss tatsächlich sagen, dass das bei Stonewalls nicht ganz so der Fall ist, weil wir schon sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und das, da bin, da bin ich auch immer sehr, sehr begeistert drüber und wirklich, wirklich glücklich. Ähm, aber ich merke, dass wir, ähm, alle uns auch immer wieder fragen, ah, war das jetzt richtig so, wie wir es gemacht haben oder so? Und das, ich glaube, diese Frage müssen wir uns gar nicht so oft stellen, weil, ähm, wir schon letztendlich auch bemerken müssen, dass die Leute das genau so schätzen und mögen, wie wir das im Grunde, im Großen und Ganzen machen. Und deswegen dann nicht so oft drüber nachdenken müssen, ob man was ändern sollte. Das habe ich extra nochmal ans Ende gesetzt, ähm, äh, weil es ein bisschen zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung passt, wo wir uns halt auch Gedanken drüber gemacht haben, ob wir das optimieren sollen für die, äh, Leute. Obwohl wir das nicht brauchen. Wir haben ja auch erst mal nur so, so los in den Raum gestellt. Ja, ja, natürlich. Ist ja aber auch gut, dass wir das fragen, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so oft Rückfragen halten. So, wir machen das vielleicht grundsätzlich aus dem Grunde. Also, was ich nicht mag, ist, wenn man sich arrogant hinstellt und einfach sagt, äh, was wir machen, ist genauso perfekt und richtig. Und, ähm, es kommt auch oft Kritik, die ich, äh, selber auf dem Zettel habe, wo ich denke, ja, das müssten wir mal machen. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, hey, mobil sind die Kommentare unübersichtlich oder man kommt aus Versehen auf diesen Antwortbutton, was auch ein technisches Problem ist, wo wir die Lösung für gefunden haben in der Theorie, was wir in der Praxis nur leider noch nicht umsetzen können. Ähm, aber das sind, ähm, Dinge, die wir ja schon auch auf der Liste haben und über die wir wissen. Und wenn dann ein Leser auch, ähm, da kommentiert und sagt, hey, können wir das und das nicht ändern, dann wäre das arrogant zu sagen so, nee. Nee, nur weil da halt ein Leser nachgefragt hat. Also, weshalb. Ich meine das gar nicht in diesem Sinne, dass man das, ähm, dass man darüber hinweg geht, sondern, dass man, dass wir vielleicht weniger abwägen, ob wir wirklich gewisse Sachen ändern, ähm, wo wir eventuell, also zum Beispiel bei diesem, ähm, bei dieser Frage von dem, von dem Zeitpunkt, da habe ich mich ja von Anfang an dagegen ausgesprochen. Also, das fand ich halt so, ich finde, es ist der beste Zeitpunkt, einen Podcast zu veröffentlichen ist, wenn er fertig ist. Ja, ähm, ich sehe das ja auch so und deshalb, ich fand's einfach nur spannend, weil dieser Vorschlag halt kam und da wollte ich einfach nur mal, ähm, Rückfrage halten, weil ich gerne verstanden hätte, warum Leute zum Beispiel einen bestimmten Zeitpunkt haben. Vielleicht konsumiere ich Podcasts ganz anders als andere Leute und deshalb ist mir das wichtiger oder nicht so wichtig, ähm, da hole ich mir einfach kein Feedback ein und ich will nicht, dass Stonewalls eine Einbahnstraße ist. Nee, absolut, das ist schon richtig. Da haben wir Kommentare, man kann uns Mails schreiben und so, ähm, ich antworte nicht immer, vor allem, ich bin ganz furchtbar, was Antworten angeht, aber wir lesen alles. Ich hatte, äh, letztens, ähm, hatte mir irgendjemand was geschrieben und hatte dann gesagt, ähm, dass, dass man, äh, bei mir, ähm, 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 Wie war das, so quasi besser betreut wird als bei dir? Ja, ist so. Vielleicht, ähm, hab ich auch nie, nie bestritten. Nein, 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 das stimmt gar nicht. Bei mir wird man nur schneller abgefrühstückt. Ähm, ich weiß nicht. Nee, also jeder, jeder, der mit mir relativ regelmäßig Kontakt hat, weiß, dass es, glaube ich, nicht so ist, dass ich jeden auch, ähm, einmal tot und wieder lebendig quatschen kann, wenn es drauf ankommt. Ja, ich bin da nicht so gut drin, ähm, ich, bin nicht so gut im schnell antworten, aber hey, hatte ich auch schon häufiger gesagt, deshalb aktuell warten auch wieder viele Leute auf Antworten von mir, kommen auch noch in den nächsten Tagen, versprochen, ähm, ja, hat sich nur alles irgendwie wieder aus verschiedenen Gründen hinausgezögert, äh, und irgendwie fallen dann gerade so Mails beantworten, die man nur gelesen hat und bisher nur wahrgenommen hat. Also ich lese, also ich lese, wie gesagt, immer alles sofort, äh, also meistens innerhalb von einer Stunde oder zwei, ähm, aber schaff halt nicht immer direkt zu antworten, weil dann halt der ganze Tag immer nur aus Mails beantworten bestehen würde. Und das ist halt auch doof, deshalb mache ich, arbeite ich das immer so, äh, batchweise ab. Ähm, genau. Übrigens nicht traurig sein, macht er bei mir auch so. Also das ist, ich werde nicht bevorzugt behandelt oder so. Wenn ich irgendwie eine Frage stelle, kann das auch schon mal, äh, dauern. Also nicht traurig sein, wir haben euch alle lieb und, äh, wir kümmern uns um euch alle. Ja, ähm, äh, nein, das sage ich jetzt nicht. Doch, das sage ich jetzt. Ähm, es gibt in der, ähm, in unserer Telegram-Gruppe, ähm, haben wir extra darauf hingewiesen, ähm, das hat Nando, äh, freundlicherweise gemacht, ähm, der hat unsere Netiquette dort auch mal verlinkt, äh, dass jeder im Prinzip direkt auf die Netiquette, äh, zugreifen kann, ähm, und die gilt halt auch dort. Ähm, also wir müssen uns da keine, äh, äh, auch nicht, ähm, nochmal, glaube ich, erklären, dass Spoiler, ähm, äh, da drin stehen, die stehen da drin, die habe ich da mit eingegangen. Moment, also es stehen keine Spoiler in der Netiquette, sondern in der Netiquette steht, dass Spoiler bei uns nicht erwünscht sind. Genau. Einfach so, in der Netiquette, äh, Luke stirbt. Ah, äh, äh, also die Netiquette gilt halt. Halt auch für diesen Chat und deswegen, ähm, müssen wir das nicht nochmal irgendwie hervorgraben. Lest euch die Netiquette durch, wir haben die extra gemacht, weil es so viele Rückfragen gab, was, äh, ähm, was geht und was nicht geht und weil wir keine wahren Star Wars Fans sind, brauchen wir eine Netiquette. Genau, ja. Äh, ja, über die Kommentare zu meiner Star Wars Review möchte ich, äh, nicht diskutieren. Ähm, das macht mich einfach, obwohl sind eigentlich auch nur wieder zwei Leute aus dem Rahmen gefallen, ähm, mit alten Bekannten dabei, alten Vorwürfen. Naja, ist so. Ähm, ich möchte gerne ein ganz wichtiges, tolles Thema noch ansprechen. Ähm, und zwar, ähm, haben wir das letzte Woche vergessen, ähm, und zwar haben wir ein, beziehungsweise jetzt schon ein zweites Video zugeschickt bekommen von Felix und Felix. Felix und Felix sind, äh, zwei Hörer unseres Podcasts und die haben Stone Wars Stop Motion Filme gemacht. Ähm, und jetzt kam noch ein zweiter, den hast du noch nicht gesehen, Rick, den muss ich dir noch weiterleiten. Und, ähm, vielen, vielen Dank dafür, ähm, hat uns sehr gefreut, also vor allem mich, den zweiten Film, den hab ich, ähm, abends live bekommen, als wir, äh, bei Freunden eingeladen waren zum Essen und ich hab das Handy auf den Tisch gestellt, hab gesagt, wir müssen hier mal kurz Pause machen, wir müssen das jetzt alle gemeinsam gucken, was mir dazu geschickt wurde. Und, ähm, wir hatten alle sehr, sehr viel Freude und, ähm, vielen Dank dafür, richtig cool, wir, äh, ich lad die mal hoch und dann packen die lieber in den Blogbeitrag rein. Ähm, ja, wir haben jetzt unsere eigenen Brickfilme, Rick. Ich, ich hab den ersten Jahr bis jetzt gesehen und ich bin ausgerassert. Brickfilme. Weißt du? Ja, hab ich verstanden. Wegen, weißt du, wegen Brick? Ja, ja, who puts Rick in Brick? Ja, me too, me was it. Ähm, äh, äh. Die zweite Mail war auch sehr schön, ähm, ich lese es jetzt mal vor, ich denke, das ist, äh, datenschutzrechtlich auch in Ordnung. Hallo, Felix und ich haben einen neuen Film gedreht. Felix hat extra bei mir übernachtet und wir haben die ganze Zeit nur gebaut und gefilmt. Ich meine, ich glaube, meine Eltern sind auch schon genervt. Deshalb vielen Dank dafür, ähm, posten wir gerne. Und, äh, könnt ihr euch als Zuhörer, wenn ihr Bock habt, gerne im Blogbeitrag hierzu dem Podcast anschauen. Ich finde das Storytelling von dem ersten Video, ich hab das, ich hab das, ich freu mich schon auf das zweite jetzt, aber ich finde das Storytelling, äh, schon so großartig. Das ist so der Hammer. Ich meine, man muss ja wirklich schon ein bisschen was auf dem Kasten haben, um eine gewisse, ähm, eine gewisse Geschichte zu erzählen in einem Stop-Motion-Film. Ähm, und die ist halt großartig gewesen. Ich hab die so gefeiert. Vor allem mit vielen Zitaten von uns. Ja. Ich hab die gefeiert, ja. Super gut. Also, vielen Dank, Felix und Felix, ihr seid super, super gut. Großartig. Ähm. Ich möchte eigentlich auch mal einen Stop-Motion-Film machen. Dann tob dich aus. Nee, 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 dafür hab ich keine Zeit. Ich muss Regale bauen und Städte. Ich bin auch Stadtplaner. Ähm. Ja, was kommt denn jetzt? Wir haben, du hast hier in den Punkt Therapiesetzung bei Star Wars.de einen kleinen Punkt eingetragen. Das Ende einer Saga. Rick, was liegt dir auf dem Herzen? Nee, eigentlich will ich nicht mehr darüber reden. Du hast das schon vorweggenommen, dass du, äh, bei der, ähm, äh, Pressevorführung warst. Das war eigentlich dieser Punkt. Ähm. Äh. Ja, ich könnte auch jetzt die ganze Zeit über Star Wars reden. Das Problem ist, es gibt halt viele Leute, die zuhören, denen jedes Wort zu viel ist, was ich auch verstehe. Und, ähm, deshalb dachte ich, fasse ich das mal ein bisschen kurz in dieser Folge und bewahre mir das alles für die extra Podcast-Ausgabe. Das war auch gut, das hast du auch gut gemacht. Ähm, vielleicht kann ich dann, äh, noch so meinen, meinen Therapie-Punkt, äh, ähm, anmerken, den ich, ähm, hatte. Ähm, es geht um Stefan Müller, ähm, der, der sich nochmal gegen den Katzen-Content ausgelassen hatte. Ähm, und er schreibt halt in dem Punkt, ähm, er müsste der Judas sein, aber er findet es super nervig und unlustig, äh, dass es extrem den Flow unterbricht, wenn wir über ein Thema sprechen und ich dann über, äh, meine Katze lache, die dann irgendwas macht oder beide Katzen oder so. Und, äh, es tut mir wirklich leid, ich kann das super nachvollziehen, aber ich hab halt ADHS, also wenn meine Katze irgendwas hier macht und ich seh das, dann bin ich halt raus, dann bin ich durch. Und dann, äh, da kann ich halt auch... Das ist aber halt für mich, tatsächlich auch für mich schwierig, weil die läuft dann ja halt auch schon mal gerne vor der Kamera rum und, ähm, dann kriegt man's halt nicht mit. Oder man kriegt's halt auf jeden Fall mit und man kann es nicht übersehen, so. Ja. Und, äh, es tut mir wirklich dann auch in dem Fall leid, ähm, aber... Ich muss damit irgendwie klarkommen und ich kann's halt nicht anders. Es tut mir wirklich leid, ähm, ich muss mich dafür entschuldigen, aber das ist hier halt teilweise halt zu 50 Prozent auch der ADHS-Cast. Ja. Ich kann damit leben, aber... Ich muss damit leben. Und damit muss Stefan jetzt auch damit leben. Ja, ich meine, äh, mit, mit, mit den Katzen, äh, kann ich leben mit dem Katzen-Content. Ähm, aber da... Ich hatte das ja auch vor zwei Folgen schon mal, wo ich irgendwas angefangen hatte und dann, ähm, im Gespräch halt das Ende davon, also die Grundaussage, die Kernaussage, die ich eigentlich machen wollte, vergessen hatte. Und dann hab ich's in dem Podcast, äh, wurde ich nochmal drauf angesprochen, hab ich's in den Podcast-Kommentaren halt, ähm, ähm, nochmal klargestellt. Ich glaub, ich hab's dann auch nochmal eben, äh, einer Folge später nochmal erwähnt, aber das passiert halt leider manchmal nicht nur, ähm, durch ADHS, sondern auch, weil man mehrere Gedanken gleichzeitig im Kopf hat. Übrigens, äh, übrigens, äh, wo du gerade Stefan Müller nochmal ansprichst, vielen Dank nochmal an Stefan Müller, der mir so ausnahmsweise nochmal ein Paket geschickt hat, mit einer Lego Classic Space Tasse drin, damit, äh, ich nicht, damit ich nicht keine Tassen mehr habe, weil ich jetzt ja so viele Stonewall-Tassen verlost hab. Ähm, sein Original-Spruch auf dem Zettel, der im Paket lag, war, glaub ich, damit du weiterhin alle Tassen im Schrank hast. Ähm, das hab ich auch eine Classic Space Tasse. Leider hab ich gerade keinen Kaffee mehr. Äh, also übrigens auch, falls der Podcast heute einfach sehr, sehr ruhig und langweilig auch ist, es liegt einfach am Kaffeinmangel bei mir. Sorry. Ich hab dafür extra viel Kaffee getrunken, was, äh, ähm, total positiv auch für den ADHS-Flow ist. Wenn du gehst, fang ich halt an zu, äh, hyperventilieren. Ja, beim Thema Lego kaufen, bauen und, äh, so haben wir diese Woche eigentlich auch gar nicht so viel. Das Einzige, was du gemacht hast, ist quasi Lego rückwärts gebaut, oder? Ja, äh, auseinandergenommen oder einfach nur in Classic Folie eingepackt. Hm. Ja, ich überlege gerade, ob bei mir noch irgendwas war, aber ich glaube, es kam noch, ähm, wirklich die letzte Bestellung vom, äh, Black Friday kam an. Ähm, aber das ist alles. Ich glaube, sonst war genauso wenig, wie in Stone Wars im Blog passiert ist, genauso wenig hab ich gebaut und genauso wenig hab ich, ähm, hab ich eingekauft. Irgendwie ist jetzt, ich fühl mich jetzt auch so langsam leer für dieses Jahr. Ich hab auch wirklich, es sind mir auch noch so ein, zwei Angebote unter die Nase geflattert, wo ich überlegt hab, die zu posten. Aber ich hatte auch einfach gedacht, ich bin selber so leer und irgendwie müssen doch auch die Leser mal irgendwann leer sein. Wenn's nicht das Geld ist, dann ist es die Lust, sich damit zu beschäftigen. Deshalb kam jetzt nicht mehr jede, jeder gute Preis irgendwie, vor allem, weil dann wäre, hätte Stone Wars nur noch bestanden aus Schnäppchen und Adventskalender. Und, ähm, das kann ja nur auch nicht sein. Deshalb lieber mal zwei, drei Schnäppchen weggelassen. Es war jetzt auch, also alle großartigen Sachen hätten wir natürlich weiterhin gepostet. Aber irgendwie ist für dieses Jahr einfach auch mal, mal gut mit, also bei mir auf jeden Fall ist gut mit Kaufen. Ich freu mich wahnsinnig aufs Bauen über Weihnachten. Aber jetzt gerade ist so, ich hab, hab ich das auch schon gesagt, diese gewisse Müdigkeit, die jetzt vor Weihnachten einsetzt, ähm, ich, ja, nee, gerade, gerade irgendwie gar nicht. Ich muss zugeben, ich hab, äh, gerade so neben mir stehen auch noch, äh, kleine Geschenke, die mich erreicht haben, auch große Geschenke. Ähm, äh, äh, zum Beispiel, äh, Lego-Werbematerial, was ich unfassbar feiere, ähm, was halt richtig, richtig geil ist, ähm, bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, sieht echt gut aus. Aber du hast ja deine Harry-Potter, ähm, äh, Stand, äh, Säule, die ich halt auch... Ja, aber die ist nicht so zeitlos. Die ist nicht so zeitlos und die ist thematisch, äh, äh, begrenzt, das stimmt, ähm, aber, äh, nein, ich find meine auch besser. Hahaha, ja. Äh, äh, ich, 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 ich versuch mich ja gerade auch zu so einem Mini-Potterhead zu machen, ähm, durch die ganzen Hörbücher, was übrigens unfassbar Spaß macht, ähm, aber diese, dieser Lego-Würfel, auf dem, äh, halt auf vier Seiten Lego steht und oben und unten ist er schwarz, ähm, der ist so unfassbar cool und dazu hab ich ja noch kleine, äh, Beutelchen bekommen für meine, ähm, Holde Maid und mich, ähm, wo halt auch noch Lego drin ist und ein Lego-Kalender, äh, äh, ein Lego-Katalog, äh, fürs Jahr 2020, ähm, der halt auch super ist, das Ganze hat mich erreicht von, ähm, darf man das sagen? Ja, Wicked Diary. Wie? Vielen, vielen lieben Dank, ist ja auch Hörerin, äh, Hörer, Hörer von uns. Da, ich glaub, da darfst du sagen, was mit dem Lego-Katalog 2020 so schlau ist, zu sagen, obwohl ich hab den ja auch schon. Der liegt ja in ganz vielen Läden schon. Der ist ja schon überall draußen. Ja. Ähm, also, der hier im Müller ist, der, liegt der auch schon, aber ich war nicht da. Ich weiß aber, dass er schon da liegt. Ähm, ich war nur zu faul rauszugehen. Er ist grad ein, ein sehr leckeres Stückchen Schokolade. Ich hab, ähm, äh, äh, ich hab ja auch so einen Adventskalender, ähm, also, ich hab ja mehrere Adventskalender. Ich hatte mir den Lego-City-Adventskalender ja gekauft, selber, ähm, den ich bis jetzt übrigens noch nicht geöffnet habe, weil ich den schon mal geöffnet habe, ähm, und, ähm, hab aber von meiner Freundin einen, ähm, also, zwei Adventskalender bekommen, einen mit, ähm, 24 Kinderriegeln. Also, das ist eine Dose eigentlich mit 24 Kinderriegeln drin, wo ich halt jeden Tag einen Kinderriegel rausnehmen kann, was halt eine meiner Lieblingssüßigkeiten ist. Ich liebe Kinderriegel. Ähm, und dann hab ich, äh, dazu einen Espresso, ähm, äh, äh, Kalender, wo ich jeden Tag hingehe und dann kann ich einen Espresso oder einen Longo, äh, äh, trinken und dazu einen Kinderriegel, äh, haben. Das ist so gut, das ist für mich wirklich der nonplusultrabeste Adventskalender für so ein Coffee-Head wie mich, äh, absolut super. Und hättest du jetzt so einen Kalender, könntest du dir auch Kaffee machen. Indem ich die Aluminiumkapsel mit der Schere aufschneide und das dann in meine Filterkaffeemaschine schütte. Wenn, dann wäre es sinnvoll für deinen Anwendungsfall einen passenden, äh, es, äh, Kaffeekalender zu haben. Ja, da ist jeden Tag einfach Pulver drin, aus so einem, aus so einem 500-Gramm-Pack einfach immer so Pulver, dass es für zweimal Kaffeetrinken am Tag reicht. Aber auch einfach halt möglichst billig, billiges, abgestattenes Kaffeepulver, so wie das hier im Büro eigentlich immer ist. Ähm, du, du, ja, ich, 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 ich kann dich mehr irgendwie, äh, verarschen, weil du dich selber schon verarscht. Das ist doch total beschissen. Ich finde, das ist Ende des Jahres, es ist einfach, ich hab doch gesagt, heute ist die ruhige, entspannte Sendung, hier wird sich nur noch selber verarscht. Ihr werdet keine Lücken mehr für den anderen offen gelassen. Ähm. Willst du was über Sale machen? Ja, wir können noch kurz über die, also es gibt ja noch Angebote, also das Einzige, oder was ich heute noch spannend fand, ich hab mal bei Lego nachgeschaut, was Bestellungen angeht, damit die vor Weihnachten geliefert werden. Also, ähm, es ist so, bei Lego selber habt ihr noch bis heute um 23 und 59 Zeit zu bestellen, damit eine normale Bestellung vor Weihnachten geliefert wird. Dazu hat Lego jetzt noch quasi so ein Angebot im weitesten Sinne, ähm, geschaltet, dass man ab einem Bestellwert von 200 Euro einen kostenlosen Expressversand nochmal hat, ähm, äh, der noch bis zum 20.12. geht, damit die Geschenke noch vor Weihnachten eintreffen. Danach wird's schwierig. Ähm, bei normalen Händlern, muss ich mal gerade schauen, also ich weiß, JB Spielwaren hat generell alle Bestellungen, die bis zum 20.12. um 12 Uhr mittags eingehen, werden noch pünktlich vor Weihnachten verschickt. Ähm, bei Galeria Kaufhof, ehrlich gesagt, würde ich mich aktuell auf keine Angabe verlassen, die die machen, weil da ganz viele Leser gerade berichten, ähm, wie schwierig es eigentlich ist, äh, da die Sachen geliefert zu bekommen, weil die einfach unheimlich lahm geworden sind, der Kundenservice nicht mehr reagiert. Und, ähm, bei Smith Toys ist tatsächlich auch heute die Deadline, also, äh, 18.12. da, 23.59 Uhr, da wird noch garantiert rechtzeitig zum Fest geliefert. Ich denke mal, ich werde vielleicht auch nach dem Podcast noch einen kleinen Post dazu machen, dass die Leute Bescheid wissen, ähm, ja, weil ich denke mal, durch das Wochenende, was jetzt halt kommt, ähm, ist halt wie jedes Jahr so, auf einmal ist vor Weihnachten auch noch irgendwann ein Wochenende, ähm, geht's einfach nicht, nicht mehr später, ist auch ganz okay. Und irgendwann, wie gesagt, irgendwann ist auch mal gut und ansonsten geht ihr einfach mal schön in den Einzelhandel vor Ort, ähm, kauft, äh, in eurem lokalen Laden ein bisschen was, dann ist es ja auch gut. Ja, ähm, genau, heute Morgen gab es übrigens noch mal ganz kurz das Pariser Restaurant auf Lager bei Lego, war aber direkt auch wieder weg, deshalb haben wir da nichts mehr zu gepostet. Haha, du hast Pariser gesagt. Ja, ähm, und das, wie gesagt, war schnell wieder weg. Schade, aber war ja auch eine UVP, ne, also, ich denke mal, vielleicht taucht es noch mal irgendwie kurz auf, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, bye bye. Hatten wir uns ja aber auch schon mal von verabschiedet von diesem sehr, sehr schönen Set. Ansonsten bis Ende des Jahres auch bei den anderen Sachen, die noch, äh, auf der End-of-Live-Liste stehen und noch verfügbar sind. Schaut noch mal drüber, wenn ihr noch was haben wollt. Ansonsten ist da auch Feierabend. Ja, Angebote, genau. Ähm, eine Sache, die wir aktuell haben, ist eine Aktion mit JB Spielwaren, die wir gemeinsam gemacht haben. Ihr bekommt, ähm, mit dem Gutscheincode Stonewalls, wenn ihr ab 40 Euro, ähm, oder für mindestens 40 Euro bestellt, bekommt ihr noch mal 5% Extra-Rabatt auf die Vorbestellerpreise. Das macht effektiv, weil alle Vorbestellungen schon um 15% reduziert sind, macht das effektiv 19,25% Rabatt. Und ihr bekommt zwei Poster dazu. Ähm, 20 Jahre Leo-Star-Wars-Poster in DIN A1, das ist halt gefaltet. Und, ähm, das zweite ist Boba Fetts Slave I als Druck. Aber ich glaube, also, äh, klein A4 auf dickem Karton. Ähm, ich glaube, das hatte ich letzten Podcast schon mal erwähnt, dass es die Aktion geben würde. Habe es nur nach dem Podcast gepostet. Ähm, läuft noch, könnt ihr noch vorbestellen mit dem Gutscheincode. Ja, und wie gesagt, bis zum 20. Dezember mittags um 12 Uhr kommt das Ganze auch noch rechtzeitig vor Weihnachten bei euch an. Ansonsten haben wir einen Artikel mit einigem Hin und Her leider geschrieben, wo ich mich ein paar Mal mit den Bedingungen vertan habe, äh, weil es dazu keine offiziellen Bedingungen einfach gab. Ähm, gibt es aktuell ab 55 Euro Einkaufswert, egal was ihr kauft, mit dem Gutscheincode DESW. Ähm, das, ähm, Battle of Endor Mikromodell kostenlos im Lego-Online-Shop noch. Bis wann das gilt, ist nicht bekannt. Ähm, der Gutscheincode ist so zusammengefrickelt worden. Ähm, ich habe den gesehen, dass es den in Frankreich gab mit FRSW. Habe einfach ausprobiert. Geht's auch mit DESW. Hat geklappt. Ähm, deshalb, wie gesagt, es gab keine Bedingungen dafür. Und deshalb, ja, hat's ein bisschen gedauert, bis wir einen richtigen Bestellwert und die Bedingungen hatten. Aber jetzt, äh, jetzt haben wir es. Ja, finde ich nett, dass es das nochmal gibt. Aber das soll es jetzt so an Werbung gewesen sein. Ist jetzt nichts Großartiges. Ähm, und wie gesagt, ihr wisst ja, ich finde, es ist eh genug gewesen in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Ja, aber apropos Lego-Online-Shop. Wenn wir mal in den News-Bereich übergehen, da gibt's ja eine kleine Neuerung, ne? Oh, geile Überleitung. Ich hab sie jetzt kaputt gemacht, aber, äh, ähm, ja, man kann, äh, jetzt eben, äh, Online-Store sehen, ähm, welche, ähm, wenn man nach einem bestimmten Set sucht, ob das gewünschte Set lagerns in, äh, in einem Lego-Store in der Nähe, äh, verfügbar ist. Ähm, was ich eine sehr, sehr coole Änderung finde. Ähm, ich hatte das bis jetzt erst einmal, ich kann aber leider nicht mehr sagen, bei welchem Produkt das war. Ähm, das ist, also ich hab ja zwei Lego-Stores in der Nähe, in Anführungszeichen, also mit Gänse, äh, Füßchen. Ähm, ich hab einmal, äh, München. München-Riemen und München-Parsing, äh, hier, und, ähm, äh, Riemen ist halt weit, 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 weit draußen. Ähm, das ist auf der anderen Seite von München, von mir aus gesehen. Und, ähm, äh, ich hatte bis jetzt einmal, dass, ähm, etwas in Riemen noch verfügbar war, was da beim Parsing, äh, nicht da war. Ähm, aber ich guck da momentan wirklich nur so sporadisch und zufällig rein, weil es mich halt gerade so neugierig macht. An sich finde ich diese, äh, Verfügbarkeit sehr gut. Trotzdem sehe ich da halt auch ein paar Probleme, äh, bei, ähm, weil man im Prinzip nichts davon hat. Also man, man weiß jetzt, okay, ist es da, es könnte sich lohnen, dort anzurufen und sich das Set vielleicht zurücklegen zu lassen, wenn man noch irgendwie ins Auto springen will. Weil wenn man sieht, da ist ein grüner Haken und es ist vielleicht nur noch eins von diesen, äh, Sets verfügbar, ähm, springt ins Auto, fährt da hin, oder in Zug oder was auch immer, ähm, fährt da hin und, äh, will das dann abholen. Und dieses eine Teil ist dann halt weg, ähm, weil man gar nicht weiß, dass es nur ein Teil war, dann hat man halt Pech gehabt. Also das fände ich halt schade, dass man nicht sieht, wie hoch ist die Menge, die verfügbar ist und dass man es sich online direkt reservieren kann. Das wären Sachen, die wichtig wären in diesem Zusammenhang. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass sie es eingeführt haben und dass da, ähm, eine Geschichte kommt, die uns auch zeigt, dieser Online-Store ist für mehr, ähm, zu gebrauchen, als nur, ähm, teure Produkte zum UVP zu kaufen. Ja, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, ähm, angezeigt wird, wenn es nur noch ganz wenige Exemplare gibt, glaube ich, wird teilweise auch ausverkauft angezeigt. Das ist zumindest das Feedback, was ich so unter der Hand von Lego-Store-Mitarbeitern bekommen habe, dass die schon mal selber das geprüft haben, weil sie, also die waren davon selber überrascht und haben so gesagt, huch, wussten wir auch nicht, wir wissen auch nicht, auf welche Zahlen die zurückgreifen, ähm, und dann mal geprüft haben und dass bei Sachen, die in geringem Bestand eigentlich da sind, auch schon online ausverkauft dann angezeigt wurde. Was ich für sinnvoll halte, wenn das wirklich so ist. Ähm, weil wenn halt nur eins da ist und du fährst dann deswegen hin und es ist dann nicht mehr da, wäre es halt doof. Es sei denn halt, das könnte man dann ändern, sobald es eine Reservierungsfunktion gibt, dass man dann was reservieren kann oder auch kaufen kann. Fände ich eigentlich noch besser, ähm, quasi zu sagen, hey, äh, ich bestelle mir das online gerade vor, ähm, mach so quasi Abholung im Store, zahl schon online alles, muss nur noch hingehen, abholen, fertig. Das fände ich cool, falls das kommen sollte. Ähm, so wie es jetzt gerade ist, ist es eine nette Spielerei, aber nützt nicht so wirklich viel. Was ich vor allem schade finde, ist, dass sie bei Gift-with-Purchase-Produkten keine Info gerade anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, hey, hat eine Store XY noch das Lebkuchenhaus? Ähm, dann geht das einfach nicht. Also ich rufe jetzt mal gerade das Lebkuchenhaus auf und, äh, das sind ja so spezielle, ähm, Artikelseiten, wo es den in den Warenkorb-Button nicht gibt und, ähm, ja, da das quasi, ja, an dem Punkt wäre, wo auch die Verfügbarkeit im Store abgefragt, äh, werden könnte, gibt es das halt einfach nicht. Das ist schade, ähm, da ist es also noch ein bisschen eingeschränkt, könnte man noch weiter ausbauen, aber ist ein guter erster Schritt. Mhm, das stimmt. Ja, ähm, das große Thema dieser Woche, würde ich sagen, war der neue Lego-Katalog. Oder? Hattest du ein größeres Thema? Nö. Ich hatte schon andere Themen, äh, weil ich, äh, für die Weihnachtszeit vorbereitet hab. Aber, ähm, ich, ich finde gut, dass man den jetzt mittlerweile so, äh, in den Händen hat und hab den auch, äh, hab das auch, ähm, begeistert bei dir verfolgt. Es gibt ja schon wieder, äh, jede Menge, ähm, YouTuber, die auch darüber, ähm, ausführlich berichtet haben, äh, indem sie jedes einzelne, äh, Seidchen durchgegangen sind. Ähm, das, das, das machen ja mittlerweile auch, ähm, Lego-Podcaster, hab ich gehört. Ähm, ja, äh, ja, hab ich jetzt. Liebe Grüße, ganz liebe Grüße. Einfach immer Seitenhiebe dalassen. Ähm, nee, es ist ein, ähm, ich hab den Katalog ja relativ früh bekommen. Ich weiß nicht, ich glaub, wir waren, ähm, die Ersten, die Infos aus dem Katalog hatten. Ähm, aber es war auch nur Zufall, weil ein sehr aufmerksamer Leser, ähm, mir den hat sehr schnell zukommen lassen. Vielen Dank nochmal dafür. Und deshalb konnte ich einen Blick da reinwerfen. Er lag halt ganz regulär bei einem, bei einem Spielwarenhändler aus. Und, ähm, ja, aber wirklich Überraschungen, muss man einfach mal sagen, sind keine drin. Also es sind halt alle Neuheiten, die wir jetzt in den letzten Wochen vorgestellt haben, sind dabei. Ähm, und was ansonsten spannend war, sind in erster Linie die Release-Termine für den freien Handel. Weil das, also alles, was im Katalog steht, ist ja so der freie Lego-Händler oder jeder Lego-Händler, ähm, und, also abgesehen von Lego selber. Und dann sehen wir halt, wann die Sachen eigentlich im Einzelhandel landen. Zum Beispiel die Speed Champions eben erst im März, während sie schon ab Januar bei Lego selbst verfügbar sind. Das war letztes Jahr auch schon so, ist dieses Jahr auch wieder so. Aber führt immer wieder zu Verwunderung, ähm, auch kommt ganz häufig die Frage, ich versuche sie eigentlich immer direkt schon proaktiv zu beantworten, aber es kommt trotzdem immer wieder, hä, warum steht denn im März? Ich denke, das kommt im Januar raus. Ist halt so, es gibt unterschiedliche Release-Daten, ob du nun Lego bist oder ein, ein Händler. Gut. Haben wir das auch geklärt? Sind wir heute eigentlich wirklich so lahm und langweilig und schlafen dabei ein? Es tut uns wahnsinnig leid, Leute. Ja, also mir auch. Ich würde ja gerne, ich würde wirklich gerne über die Highlights im Katalog reden, aber so viel gibt es wirklich nicht. Also was am spannendsten ist, ist die Ankündigung einer neuen Minifiguren-Serie im Mai. Das war aber auch erwartbar und es wird sich dabei wahrscheinlich um die klassische Minifiguren-Serie Nummer 20 handeln, also quasi eine Jubiläumsauflage und ich hoffe, dass es da irgendwie coole Neuigkeiten drin gibt. Aber ansonsten, ja, es ist wie immer irgendwie so, Lego Dots wird angekündigt, okay. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes A-Voll-Thema. Es ist halt Lego Clickets 2.0, wir bauen Schmuck für Mädchen. Naja, wurde schon mal gecancelt wegen Qualitätsproblemen 2019, jetzt 2020 kommt es doch wieder. Lego Minions werden nochmal angekündigt, gab es aber auch schon mehrere Teaser zu. Haben wir auch schon weitere Infos zu den Sets, was rauskommt bei uns veröffentlicht. Also der Katalog bietet halt im Vergleich zu dem, was wir vorher schon veröffentlicht hatten, leider nichts Neues. Oder ganz wenig Neues. Das ist schade, aber ist nun mal so. Du guckst ganz überrascht in die Kamera, Rick. Ja, ich sehe gerade einen Preis zu einem Set, was im März angekündigt ist, was in unserer Neuheitenliste noch ohne Preis gelistet ist. Ja, das kann sein. Die Neuheitenliste ist seit ein paar Wochen leider nicht mehr gepflegt worden. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Da sind auch noch Sachen ohne Bild drin, wo es mittlerweile Bilder zu gibt und so. Es steht auch ganz bei mir auf der To-Do. Aber irgendwie, ich sage ja, die letzten Tage waren irgendwie komisch. Aber welches Set meinst du denn? Ähm, ein Marvel-Superhero-Set. Black Widow-Movie-Set. Das ist im Katalog mit Preis drin, ne? Nein, nur der Preis und das Release-Datum ist drin. Auf welcher Seite befindest du dich denn? In einer, die du nicht hast. Dann zeig mir das doch mal bitte in die Kamera. Das ist jetzt, ist jetzt ja spannend zu sehen. Ja, vor allen Dingen für die Hörer. Ja, spannend zu sehen für die Hörer. Superheroes. Ach, Tatsache. Okay, also wir wissen, dass ab März die Set Nummer 76162 zu einer UVP von 29,99 Euro erscheinen wird. Neu ab März. Ja, das klingt tatsächlich nach einem Black Widow-Movie-Set, oder? Also es ist bei mir bisher noch ein Platzhaltername, sage ich mal. Mhm. Aber März würde ja Sinn machen. Ich weiß nicht, wann kommt Black Widow? Kommt doch auch im März. Ich meine, ne? Black Widow. Oder Ende Februar. Start. Im Mai. Ach nee, aber das macht mir jetzt immer noch Sinn. Ja. Zwei Monate vorher. Ähm. Spannend. Okay. Ja, dann können wir das doch mal in der Tabelle ergänzen. Schreibe ich mir auch noch. Eine To-Do-Liste. Tabelle ergänzen. Ja, was Richter gerade für Seiten hat, es gibt für bestimmte Spielwarenhändler, ähm, gibt es in der Mitte immer noch mal so Sonderseiten, ähm, wenn die exklusive Sets erhalten. Zum Beispiel gibt es exklusive Sets schon mal bei Smith Toys, die haben dann auch so vier Sonderseiten in der Mitte. Oder bei FEDES, glaube ich auch, oder bei Idee und Spiel. Solche größeren Ketten, die bestimmte Sets eben bekommen, die im normalen Katalog nicht drin sind, die haben dann in der Mitte so ein paar Sonderseiten, wo dann die exklusiven Sachen mit drin sind. Ja. Drinne und dranne. Das wird mir so schwer fallen, mir das abzugewöhnen. Musst du doch gar nicht. Ja, doch. Mir wird immer gesagt, dass ich ge-sage, ähm, und ich merke das gar nicht. Ich, also, ich merke das überhaupt nicht. Das hat er eben, egal. Äh, ähm, wir haben, äh, übrigens, äh, noch ein weiteres Thema, und zwar, äh, das Mitarbeitergeschenk 2019. Ähm, da haben wir ja mittlerweile schon, äh, vielfach berichtet, hatten wir jetzt noch ein paar, ähm, Videos, ähm, äh, verlinkt, die wir schon ein bisschen länger kannten, tatsächlich auch, ähm, aber uns, ähm, nicht dazu entschlossen hatten, die zu veröffentlichen, ähm, haben wir jetzt auch immer noch nicht gemacht, wir haben sie halt nur verlinkt. Ähm, ne, die sind aber sehr niedlich, finde ich, ähm, die kann man sich wirklich mal gut angucken, und, ähm, äh, was das bei mir, ähm, verursacht hat, ist, ich möchte jetzt dieses Set auch haben. Du hasst das, oder hast es zumindest am Anfang echt gehasst. Ja, wirklich, ich hab mich wirklich richtig gestreut, aber jetzt wirklich, es, ich, ich, ich habe so eine Liebe dafür entwickelt, ähm, und ich mag das so cool, so, so gerne, dass es mit diesem, ähm, mit diesem Stand, äh, über dem Iglo und, ähm, diese Plate und alles und irgendwie, aber vielleicht ist auch jetzt diese, diese Weihnachtseuphorie bei mir so stark, dass das mittlerweile, ähm, diesen, äh, diesen, diesen Pull bekommen hat, dass ich da tatsächlich, äh, sage, ich hätte das schon gerne und ich bin sehr, sehr eifersüchtig auf Ombricks. Ähm, ich hab jetzt grad noch mal bei den Preisen reingeguckt, also sie erholen sich auch so ein bisschen, so für 259 sind jetzt ein paar verkauft worden, einer ist, äh, mit geboten für 247 weggegangen, also die Preise scheinen jetzt auch zu sinken und ich denke mal, nach Weihnachten geht's damit auch ein bisschen weiter, fände ich ja ganz schön. Irgendwann hole ich mir das auch noch, allein schon wegen der Figuren. Ja, ich... Auch wenn natürlich Yoda nach wie vor nicht exklusiv ist, also die Einzelteile zumindest nicht. Also ich, 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 das ist ja auch so schön zu verpacken. Schaut euch einfach das Video an, wie man das schön, äh, bis zum nächsten Jahr, äh, einpacken kann. Sehr, sehr schön. Ja, wie, äh, tatsächlich, äh, Kjeldtke Christiansen da ganz begeistert zeigt, wie man das einfach über das ganze Jahr dann, wenn man keinen, wenn man es nicht mehr ausstellen will, kann man es über das ganze Jahr ins Bücherregal stellen. Also die Videos sind schon auch so ein bisschen seltsam, aber irgendwie süß. Du, du, hattest, hattest du dabei einen Cringe-Fakt? Äh, 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 ja, okay. Ich hab, ich hab gedacht, als ich das gesehen hab, boah, das finden bestimmt viele cringy. Hab ich wirklich, ich hab gedacht so bei mir, oh, cool, und dachte aber in dem gleichen Moment, wo ich dachte, ach, cool, eigentlich werden das bestimmt viele als sehr cringy empfinden und, äh, ja, bestätigt. Ähm, was ich halt auch immer cringy finde, ist die Liebe zu Zügen, ähm, die, die sich mir persönlich nicht erschließt. Also das... Die find ich aber nicht cringy. Da find ich fast schon auch eher das Video von Lego wieder ein bisschen, naja. Ich, ich, ich finde... War das nicht cringy, sondern einfach nicht gut gemacht. Ich, ich finde tatsächlich, das ist meine persönliche Wahl, Wahlnehmung, das ist super subjektiv und ich kenne wirklich viele, äh, sehr, sehr nette Lego-Liebhaber, ähm, die ich auch über alles, äh, ins Herz geschlossen habe, die sich wirklich für Lego-Züge interessieren und für Lego-Züge in den tollsten Formen bauen. Ähm, oder auch, äh, zum Beispiel Mono, äh, äh, Monoray Manfred hat ein extremes Wissen über, ähm, äh, Lego-Züge und sowas. Das find ich alles total, ähm, beneidenswert und beachtenswert. Für mich ist das aber so ein Ding, dass ich das als alte Männer-Hobby sehe. Ich bin ja selber schon alt, weißt du? Und wenn ich denke, das ist was für alte Männer, dann ist das halt so, dann hat das genau diesen Cringe-Faktor, ähm, den ich seltsam finde, so, das, das machen noch so die Oppis mit so einem DB-Hütchen an. Ich möchte mich an dieser Stelle, äh, davon distanzieren, ähm, auch wenn das hier auf Stonewalls veröffentlicht wird, die Meinung der einzelnen Autoren stellt nicht notwendigerweise die Meinung von Stonewalls dar. Nicht notwendigerweise, das ist so feige. Hier habt ihr wieder ein Zitat aus, was ihr sagen könnt, äh, woher das ist. Ähm, ich würde gerne kurz die Leute noch ins Boot holen. Also es geht darum, dass, ähm, Lego ein, ähm, ein, ein Video veröffentlicht hat, ähm, und begründet, warum es seit ein paar Zügen, nämlich seit dem Hidden Side-Zug und dem, äh, Lego-Disney-Zug, das sind so die beiden neuen, ähm, Züge, wo das drinnen sind, neue Eisenbahnräder gibt, die komplett aus Kunststoff sind. Mhm. Um, ähm, Strecken zu tauschen oder so, ähm, ja, das haben sie irgendwie nicht gemacht. Deshalb halte ich die Aussagekraft für sehr gering und, ähm, sehr spannend finde ich zu dem Artikel eigentlich viel mehr als den Artikel, den hast du gemacht, deshalb vielen Dank. Aber die Kommentare dazu waren auch sehr großartig und aufschlussreich, weil einfach halt viele Leute aus der Praxis gesagt haben, ist halt Quatsch, was Lego da zeigt. Da kann ich wenig zu sagen, ähm, würde das gerne mal ausprobieren, aber bräuchte dazu auch auf jeden Fall ja erstmal eine gewisse Menge Züge, neue sowie alte. Einen, einen, äh, neuen hast du ja, gell? Ja, aber noch nicht aufgebaut. War nur Neugier, war jetzt gar nicht, ich wollte gar nicht diebdifen. Nee, nee, es ging nur, also ich, die Sache ist halt aufbauen, ich müsste ja auch dann wieder zwei Strecken aufbauen und dann wirklich A, B testen, also hin und her testen, mal Motoren austauschen, Strecken austauschen, ähm, Messungen verifizieren und so. Und das, was Lego da gemacht hat, war schon ein bisschen amateurhaft, fand ich jetzt persönlich. Aber, naja, es, ja, Thomas hat sich da sehr für eingesetzt und hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Grund für den Wechsel, teure Extrateile aus Metall zu vermeiden, Punkt. Alles andere ist geschwurbelt, die Dinger laufen eindeutig schlechter. Das klang erstmal sehr, ähm, böse, aber er hat das dann, genau, harsch, harsch ist das bessere Wort. Er hat es danach aber auch nochmal ein bisschen, ähm, äh, aufgeschlüsselt und ein bisschen erklärt, was er so beobachtet hat. Deshalb lest euch dazu ruhig mal die Kommentare durch. Ähm, ich bin mir sicher, dass der Preis auf jeden Fall ein Punkt war, das hat Lego ja auch selber angesprochen. Lego sagt im Video dann auch, ja, dann können wir halt mehr Steine in die Pakete packen, weil es halt günstiger wird, die Räder herzustellen. Das halte ich auch für absoluten Bullshit, also das, also für Quatsch, Entschuldigung, ähm, das extra Geld wird sich halt eingesteckt, aber es ist halt eine Firma, ne, Einsparpotenzial sehen, äh, aufzeigen, umsetzen und, ähm, Geld sparen, um Gewinne zu maximieren. So läuft es bei Firmen, leider. Ja, aber, ähm, ich fand es sehr gut, du hast mal aufgelistet, was es da für verschiedene Teile bisher eigentlich gab, ähm, was für Teilenummern die haben und so, damit auch die Nicht-Zug-Profis sich das angucken können und verstehen, worum es geht. Ja, ich brauchte das selber, um das ein bisschen einzublicken. Äh, tatsächlich wurde halt auch gesagt, dass, äh, diese Metallachse, ähm, in den, ähm, äh, älteren, ähm, äh, Zügen bei kleineren Kindern beim Zusammenbau zu Schwierigkeiten geführt hat, dass das, ähm, ähm, dass auch die Klatschpower von dieser Achsaufnahme, ähm, nicht den, ähm, Erwartungen standhielt, ähm, 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 weil durch diese Metallaufnahme das Ganze ein bisschen anders hergestellt wurde, ich glaube auch aus einem anderen Material, ähm, und, äh, ja, diese, äh, diese, äh, diese neue, ähm, Variante soll jetzt besser halten, ähm, und man hätte einen Weg gefunden, wie man halt jetzt nicht nur die Sachen quer, sondern auch längs gut verbinden kann, ähm, mit, äh, einer Plate, also mit einer 2x6 Plate kann man sie jetzt verbinden, äh, statt, äh, vorher, na, die, die schräg gesteckten, äh, 2x4, ähm, ähm, äh, Plate, was halt, ähm, weniger Punkte halt verbindet, äh, weniger Noppen auch, äh, beinhaltet, ähm, das sind alles Argumente, die für mich als Laien absolut nachvollziehbar sind, ähm, wo ich halt auch selber denke, dann so, ja, mir egal, also, mir ist es echt wurscht, ob es so oder so ist, Hauptsache, ich kriege einen schönen Zug. Ich hab das beim Hogwarts Express ja auch gemacht, äh, den zusammengebaut und da, äh, ist mir das mit den Metallachsen auch ein bisschen aufgefallen, dass die sich deutlich schwerer, ähm, ähm, verarbeiten lassen, sag ich mal, als, ähm, normale Lego-Teile. Den Punkt finde ich schon auch fair, aber es ist halt da definitiv aus der Sicht von Kindern und nicht von erwachsenen Lego-Eisenbahnern, die das seit zig Jahren machen, wie ist das natürlich völlig egal. Aber, aber, aber das haben sie ja halt auch genau argumentiert, dass es sich auf Kinder bezieht. Ja. Und, ähm, das, ich weiß nicht mehr in welchem Video, ich hab jetzt in der letzten Zeit sehr viele, äh, offizielle Lego-Videos gesehen und, ähm, hab dabei, äh, doch festgestellt, dass viele gesagt haben, äh, Lego selbst oft gesagt haben, dass sie immer mehr, äh, Blick auf, äh, oder Wert darauf legen, was, ähm, ähm, Erwachsene, ähm, 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 mögen, aber ihre Kernzielgruppe nach wie vor die Kinder sind, auch wenn der Anteil von erwachsenen Fans, ähm, jährlich steigt und auch beachtenswert steigt und auch die Umsätze durch Erwachsene steigen, aber die Kernzielgruppe ist nach wie vor die Kinder und die Kinder werden zuerst bedacht. Und wenn Kinder mit irgendwas Schwierigkeiten haben, wird diese Schwierigkeit zuerst aus, äh, gemerkt, ehe drüber, ähm, philosophiert wird, ob das für Erwachsene, ähm, eine bessere Alternative gewesen wäre oder nicht. Und wenn ein Kind einen Zug, äh, halt, ähm, grundsätzlich irgendwie 20 Mal, äh, laufen lässt im Jahr, ähm, dann ist es was anderes, als wenn ein Erwachsener halt auf sämtliche Ausstellungen in seinem Land geht und dort seinen Zug, äh, quasi, ähm, an drei bis vier Tagen im Dauerbetrieb laufen lässt und, ähm, Akkus tauscht, äh, bis zum Umfallen oder Batterien tauscht bis zum Umfallen. Ähm, das ist nicht deren Schwerpunkt. Das Kind mit den 20 Mal im Jahr die Zug rumfahren lassen ist der Schwerpunkt. Und das kann ich nach, äh, nach wie vor nachvollziehen. Ja, bin ich auch bei dir. Ähm, ich denke, Lego tut gut daran, die Kernzielgruppe nicht zu ändern. Ich glaube, das wäre auf Dauer ein Problem, wenn sie das täten. Glaubst du denn, die Kernzielgruppe, ähm, wird ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ähm, nach dem Kauf, äh, von Bricklink? Das ist den Kindern ja auch völlig egal. Deswegen die Kernzielgruppe der Erwachsenen, äh, wird die vor den Kopf gestoßen bei Bricklink? Ja. Was, auch wieder ein, eine Überleitung. Junge, Junge, Junge. Ja, es gab viele Änderungen bei Bricklink. Wir haben noch nicht alle auf Stonewalls verarbeitet, leider. Ähm, auch das irgendwie den letzten Tagen, ähm, zum Opfer gefallen. Ähm, aber eine große Änderung, die es gab, ist, dass, ähm, es gab die Studio Gallery auf Bricklink und die ist jetzt für Lizenzthemen eingeschränkt worden. Das heißt, man kann für, ähm, Mocks, die man hochlädt, die eine, eine Lizenz unterliegen würden oder die geistiges Eigentum von jemandem verletzen könnten, muss man das einstellen, dass das so ist. Und dann kann man, ähm, über Bricklink nachher nicht mehr Teile listen und, äh, Studio Dateien runterladen, sondern eben nur noch Bilder hochladen. Und das war's. Alles andere geht leider nicht mehr. Ähm. Ja, und damit hat Lego genau das gemacht, was sie angekündigt hatten, nicht machen zu wollen, nämlich, äh, bei Bricklink den Rotstift anzusetzen und, ähm, zu sagen, wir ändern einfach mal die Regeln. Aber glaubst du nicht, dass sie gezwungen waren, das zu machen und eventuell, ähm, das vorher nicht korrekt gehandhabt wurde von dem vorherigen Besitzer? Ähm. Ähm, rein rechtlich gesehen. Hm. Ja, natürlich. Also gerade was, was die Lizenzen angeht. Ähm, Lego hat natürlich, ähm, der vorherige Besitzer war jetzt ja auch kein, kein kleiner Unabhängiger, dem das irgendwie alles hätte egal sein können. Sein Vorteil war, er saß in Asien, wo vielleicht Urheberrechtsverletzungen nicht ganz so stark geahndet werden in der Praxis, ähm, wie in Europa oder Amerika. Ähm, aber trotzdem war das für den ja kein rechtsfreier Raum. Das könnte Lego sicherlich auch weiterhin so handhaben und mit vielen Dingen würde das funktionieren. Das Problem ist, Lego hat ja nun mal mit vielen Firmen schon Lizenzabkommen oder eben keine Lizenzabkommen, wo klare Absagen erteilt wurden. Das heißt, äh, Lego hat für, keine Ahnung, äh, hat die Lizenz, die und die Star-Wars-Sets jedes Jahr auf den Markt zu bringen. Und ich denke, Disney hätte da potenziell zumindest ein großes Problem mit, wenn Lego durch die Hintertür noch damit Geld verdient, dass irgendwelche inoffiziellen Star-Wars-Sets, äh, von Usern erstellt und verkauft werden. Also, ne, das ist natürlich, die erstellen nur die Anleitung und laden Bilder davon hoch, aber, ähm, man könnte dann ja einfach sagen, hey, exportier mir hier die Teile-Liste, pack das auf eine Wanted-List, bestell alles und Lego bekommt vom gesamten Bestellvolumen immerhin drei Prozent ab nach aktuellen Bricklink-Gebühren. Ja. Ähm, und ich glaube, das wäre für Disney tatsächlich ein Problem, wenn Lego da außerhalb der bestehenden Lizenzvereinbarung noch mehr machen würde. Und nicht nur bei Disney, sondern eben auch bei anderen Firmen. Und es gäbe bestimmt auch so typische Spielzeug- oder typische Firmen, äh, oder meinetwegen auch Playmobil, die sagen würden, hey, Lego, ihr habt jetzt gerade halt nicht die Lizenz für XY oder, ähm, auch, ähm, Megablocks, die sagen, hey, Leute, ihr habt halt keine Game-of-Thrones-Lizenz, wir haben die. Es kann nicht sein, dass ihr an irgendwelchen Mox-Geld verdient, ähm, äh, die eigentlich, oder Mox für so Baustein-Systeme, wo eigentlich wir die einzigen gerade sind, die das machen dürfen. Und deshalb verstehe ich die Änderung. Total. In ihrer Sache. Aber man kann sich nicht zwei Wochen vorher hinstellen und in Interviews lang und breit erzählen, dass man nicht vorhat, Änderungen durchzuführen. Und man kann mir auch nicht erzählen, dass das vorher nicht bekannt war oder denen nicht bewusst war. So blauäugig kann kein Unternehmen an den Kauf von so einer Plattform rangehen. Das war vorher bekannt, das muss vorher bekannt gewesen sein. Und dann hätte man das auch sagen können. Einfach ganz ehrlich, Leute, wir haben das Ding gekauft, wir müssen, um uns zu schützen, die und die und die Änderungen vornehmen, damit wir rechtlich auf sauberen Beinen stehen, weil das wurde bisher halt leider immer vernachlässigt. So ehrlich muss man sein. Was sie gemacht haben, ist zu sagen, ja, ist ja alles super toll und wir haben nicht vor, was zu ändern. Und keine zwei Wochen später wird diese erste Änderung durchgeführt. Und in dem rutscht ja auch noch die kompletten Nutzungsbedingungen von Bricklink eigentlich geändert, die ja noch weit über das hinausgehen. Also es gibt quasi neue Terms of Service sozusagen, die einige Punkte beinhalten, die einfach, wo es auch nicht um Lizenzen geht, was einfach nur, wo einfach nur Lego sagt, wir wollen jetzt unsere Philosophie und unsere Regeln hier durchsetzen. Und das wäre okay gewesen, meiner Meinung nach, wenn man damit von Anfang an halt einfach rangegangen wäre. Dann hätte man es wenigstens von Anfang an mies finden können und sagen können, hey, finden wir Kacke. Und was Lego jetzt macht ist, für Verkäufer ist zum Beispiel, neue Regel, Lego Brand Only. Ja, also man darf wirklich nur noch Lego hochladen. Das heißt, alle Alternativen, wo viel Bricklink jammer, wo sie vielleicht auch Angst hatten, dass Bricklink da die Tore für öffnen könnte, sind von vornherein gebannt. Man darf nicht mehr Dinge vor dem offiziellen Lego Release verkaufen. Und das war bei Bricklink bisher eigentlich immer der Fall. Wenn man gewusst hat, wo man gucken konnte, konnte man Minifiguren und Dinge, die aus Fabriken abhandengekommen sind, bisher immer ganz gut da kaufen. Ja, davon war sicherlich einiges Diebesgut. Aber es war halt eine unabhängige Plattform mit eigenen Regeln. Und jetzt gehört sie halt Lego. Und Lego sagt halt, nee, nicht mehr vor Release. Und das führt halt auch dazu. Ich weiß nicht, wie das genau ist, wenn im Ausland mal was früher erscheint oder so. Können wir ganz kurz nochmal auf diese Grundaussage zurückkommen, dass Lego gesagt hat XY am Anfang und sich dem gegenüber jetzt widersprochen hat. Die Aussagen, die Lego getroffen hat, wurden ja getroffen von Julia Goldin, die die globale CMO, also Chief Marketing Officer der Lego Group ist. Und ich persönlich habe es schon so empfunden, dieses Interview, sie hat zwei Interviews gegeben und zwar einmal Brickset und einmal The Brothers Brick. Und ich habe da schon Sachen rausgelesen, die sich in den beiden Interviews unterscheiden voneinander. Okay. Ich kann das jetzt ganz konkret nicht mehr sagen. Ich habe damals nur mich mit, ich glaube Oliver und Jens kurz unterhalten, dass da unterschiedliche Aussagen in diesen Interviews gemacht worden sind, die sich nicht exakt gleich angefühlt haben oder die nicht dieselbe Aussage im Prinzip enthielten. Und ich weiß nicht, ob das reines Marketing-Sprech war. Ja, natürlich. Aber das ist ja das, was Leute immer wieder an Lego ankreiden, dass sie eben nicht gerade heraus sind. Das war ja auch schon der Grund für den Shitstorm beim Held der Steine damals durch diese Abmahnung, die da stattgefunden hat oder eben auch nicht stattgefunden hat. Dass halt die Lego nicht in der Lage ist, nach draußen mit den Kunden vernünftig zu kommunizieren. Hier, das sind Änderungen, die wieder von der Rechtsabteilung umgesetzt wurden, wo es wahrscheinlich auch keine große Kommunikation innerhalb der Abteilung von Lego gab. Und deshalb die Presseabteilung auch davon vielleicht einfach nichts wusste. Vielleicht wusste auch Julia Golding einfach nichts davon. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das muss man kritisieren können. Aber auch tatsächlich die Änderungen, die im Detail durchgeführt wurden. Also halt inhaltlich. Ich weiß nicht, oder wolltest du da jetzt noch gerade auf die Interviews eingehen, weil ich hätte noch einen Punkt, der mir extrem wichtig wäre. Okay, nee, hau den ruhig raus. Modified Parts sind ab sofort verboten. Das heißt, du darfst auf Bricklink keine, also es ist nur noch Original Unmodified Condition. Das heißt, nicht mehr Custom Printed, nicht mehr graviert, nicht mehr verchromt, nicht mehr angemalt, nicht mehr gar nichts. Custom Printed, oder nee, sagen wir mal so. Ich verstehe, dass sie keine Lust haben, dass jemand sagt, hey, ich verkaufe hier die Teile von The Lego Movie 2 Brickheads. Sie sind quasi fast wie die echten, nur halt selber bedruckt. Ja, das ist natürlich nicht okay, wenn das passiert. Also wenn jemand da versucht, Fälschungen an den Markt zu bringen. Das war schon aber immer ein Problem und auch schon immer verboten bei Bricklink. Was jetzt halt nicht mehr geht, ist zum Beispiel engraved ein ganz konkretes Beispiel. Es gab zum Launch des Lunalanders ja in den Lego Certified Stores in Ungarn? War das Ungarn? War es Ungarn? Es war auf jeden Fall Osteuropa. Ungarn, Töchchen, irgend sowas. Diese gravierten Fliesen mit dem Fußabdruck von, äh, welcher von den Armstrongs? Lenz Armstrong. Nee, Lenz Armstrong ist Radfahrer. Neil Armstrong. Neil. Neil, okay, sonst wäre mir nur noch der Trompetenspieler eingefallen. Wie heißt der nochmal? Louis. Louis. Heißt, war das Trompetenspieler Louis Armstrong? Auf jeden Fall der nicht, sondern der Raumfahrer Armstrong. Also Neil. Von dem ist ein Fußabdruck. So, und das hatten die in so eine 2x3-Fliese, glaube ich, eingraviert. Das war dann noch in einer offiziellen Lego-Verpackung, aber das war kein offizielles Lego-Teil. Also das war keine groß von Lego angekündigte Aktion, sondern in den Lego Certified Stores in Osteuropa ist es oft so, wie hierzulande Lego-Händler. Die können so fragen, hey, wir wollen das und das machen, kriegen wir Unterstützung oder eure Erlaubnis? Lego sagt dann, ja. Und dann geht das. Und die sagen das auch immer genau so. Ja. So sagen die das. Und dann sind die wahrscheinlich damit einfach zu irgendeiner Gravierwerkstatt um die Ecke gegangen, haben gesagt, wir brauchen nicht mal 500 davon, gravier uns das mal. Und dann haben die das ausgegeben. Und diese Teile, die ja für viele Leute auch ein Sammlerstück sind, dürften jetzt nach dem Bricklink-Regeln eigentlich gar nicht mehr da verkauft werden. Gleiches gilt für Chromteile, wo Leute total happy waren, dass es die Möglichkeit gab, Chromteile auch über Bricklink zu beziehen. Zum Beispiel für die Harley, die Harley umbauen auf Chrom. Verchromter Kram ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Nur noch die uralten, ähm, originalverchromten Teile. Obwohl auch das ja nicht ganz da steht, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, da steht Custom Printed, Engraved, Chromed and Painted are not permitted. Ich weiß nicht, ob die damit auch Custom Chromed meinen oder Chromed generell. Ob sie vielleicht einfach auch den Verkauf von alten Chromteilen verbieten wollen. Glaube ich zwar nicht, aber wer weiß das schon. Ähm, ganz, also finde ich ne, ne fast schon fatale Änderung. Dem stimme ich zu. Ähm, ich glaube aber für den Normalkäufer. Nicht für die Leute, die jetzt wirklich die krassesten Mox der Welt bauen. Und die große Mengen bauen, für die Bricklink halt ein Eldorado ist. Aber für diejenigen, die jetzt eventuell erst auf Bricklink aufmerksam werden in den nächsten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, weil Lego sagt, ähm, Steine und Teile wandert dahin aus oder sonst irgendwas, was eventuell noch kommen wird. Ähm, für die ist es, glaube ich, dann einfacher, das zu handhaben und einfacher zu verstehen. Ähm, ich, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ja, ich verstehe ja auch, warum Lego das macht, aber. Ich, ich sage gar nicht, dass ich es gut finde, aber ich, äh, verstehe diesen Grund und ich verstehe, dass man das so schnell wie möglich ändern will, damit dann, wenn diese, äh, diese Plattform wirklich mal, äh, Legolink ist, ähm, und nicht, nicht mehr nur Bricklink, ähm, also wirklich ein reines Lego, äh, Eldorado ist, dann, dass es dann wirklich, äh, keine Missverständnisse mehr dabei gibt. Legolink.com ist übrigens noch frei. Wer Lust hat auf eine Abmahnung, sichere sich diese Domain. Ähm, ja, also ich verstehe, wie gesagt, auch aus der Sicht von Lego, was so Markenschutz angeht und so, dass man das alles machen will. Man will jetzt eben nicht mehr, wenn man selber hinter der Plattform steht, dass da jemand verchromte Teile kauft, die auf einmal nicht ganz so gut passen, weil da halt eine 0,03 Millimeter dicke Chromschicht auf den Teilen ist und deshalb die Klatschpower eine andere ist. Ja, verstehe ich, ne, aber das ist halt das Ding. Es war gut, als es eine unabhängige Plattform war. Es hat funktioniert. Auf der anderen Seite musst du halt auch davon ausgehen, dass wenn irgendwas verkromt wird, ähm, und ein dreijähriges Kind da dran nuckelt, ähm, dann könnte es zu, äh, Schwierigkeiten kommen. So, das kannst du ja dann auch aufschließen, indem du sagst, darf nicht verkauft werden. Ja, also, wenn du jetzt an einem Lego-Teil nuckelst, ähm, bekommst du halt keinen zweiten, äh, Kopf an deiner, an deinem linken Ohr gewachsen, ähm, wie ist das mit, äh, Teilen, die halt irgendwo aus, äh, Fukushima gepresst werden oder sowas? Ja, ich verstehe das ja, wie gesagt, auch, aber, ähm, dann vorher war, oder hat er bei Bricklink auch einfach, weil es zu kompliziert war, keinen Dreijähriger bestellt, der nachher an den Chrom-Teilen genuckelt hat. Ja, jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Ne, aber vielleicht bauen sie es irgendwann um und dann macht das ja auch Sinn und wie gesagt, ich verstehe es ja auch aus der Sicht von Lego, aber aus der Sicht von Fans verstehe ich auch, dass sie die Plattform verlieren, die sie mit guten Gründen geliebt haben, weil man da viele Dinge machen konnte, die man jetzt eben nicht mehr so leicht machen kann. Und das verstehe ich, dass es Leute einfach massiv nervt, dass es jetzt nicht mehr geht und, ähm, dass die Plattform aus deren Sicht Rückschritte macht. Aber das bietet halt die Möglichkeit, selber was auf die, ähm, auf die Beine zu stellen, wo man genau das macht. Ja, aber jetzt kommen gerade fünf neue Plattformen, die jetzt gerade sagen, ja, wir sind das neue Bricklink. Und das, jetzt zerschlägt sich alles ganz viel, jetzt müssen wir erstmal gucken, bis wir irgendwann wieder eine haben, die so akzeptiert ist. Also ich glaube, bei den Leuten, die programmieren können in dem Bereich und sich zutrauen, so eine Plattform aufzubauen, ähm, die haben das auch schon. Also ich glaube, da denkt gerade mehr als einer drüber nach. So, hey, ich schaffe das bestimmt, das neue, krass akzeptierte Bricklink zu machen. Ich glaube zwar nicht, dass sich eine von den Alternativen, die jetzt gerade neu kommen, wirklich durchsetzt, aber... Es gibt ja schon, es gab ja vorher schon Alternativen dazu. Ähm, es wäre halt sinnvoll, dass die diesen Markt dann, äh, übernehmen. Diesen Markt, der jetzt bei Bricklink rausfällt. Ja, aber das ist ja dann nur ein kleiner Markt, nur für Custom Printed, Engraved, Chromed or Painted Parts, ja. Ja, oder alt, äh, lizenzierte Mock-Anleitungen. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich verstehe einfach, dass Leute einfach genervt sind und pissig sind und sagen, das kann nicht sein, dass Lego uns vor zwei Wochen gesagt hat, wir machen das nicht und jetzt diese Änderung macht. Und vielleicht hätte man da auch so ein bisschen das Motto Zuckerbrot und Peitsche, äh, umsetzen können. Irgendeine positive Änderung noch machen. Irgendwas, worauf sich Leute seit langem gefreut haben bei Bricklink oder was man mal seit langem hätte machen können. Aber nein, es werden erstmal die AGB geändert, äh, wo, äh, wo es für jeden eigentlich nur negative Auswirkungen erstmal hat. Ähm, keine Ahnung, sie hätten jetzt zum Beispiel sagen können, äh, um die Verkäufer mit an Bord zu holen, hey, wir senken die Verkaufsgebühren oder so. Ähm, oder wir haben schon ein neues Bestellsystem für euch entwickelt, was alles viel einfacher macht. Keine Ahnung. Äh, aber jetzt ist halt einfach nur erstmal die negativen Regeländerungen, die die Leute zurecht ärgern. Mhm. Naja. Ah, schwierig. Es ist alles, alles irgendwie schwierig. Ja, also ich, ich möchte es nochmal gerne im, ähm, im Blog aufgreifen, werde ich demnächst auch sicherlich noch tun. Ähm, ist dann zwar keine News mehr, sondern eigentlich nur noch so eine, so ein, ja, aufgreifen von dem, was eigentlich schon bekannt war, finde ich aber trotzdem wichtig. Ähm, hat mich genervt. Hat mich einfach genervt. Ich, 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 ich verstehe das auch und, ähm, ich, natürlich, äh, versuche ich hier in dieser, äh, Ecke, ähm, ganz bewusst, ähm, das Anwaltsadvokat zu spielen, um da halt auch, äh, nochmal so die, die Blickweise ein bisschen, äh, zu ändern. Es geht mir ja genauso wie dir letztendlich. Aber, ähm, ja, was soll's. Aber wir sind, wir sind damit eigentlich auch schon durch, gell? Tja, im Prinzip sehen wir, äh, was die Themen angeht, durch. Wie gesagt, die letzte Woche, sagen wir es, wie es ist, ich war die letzte Woche einfach ein bisschen faul. Ähm, über die Star Wars-Kritik, die jetzt heute erschienen ist, die relativ lang gebraucht hat zu schreiben, brauche ich nicht im Podcast reden, oder zumindest nicht diese Woche, das kommt dann nächste Woche. Ähm, ansonsten gab's einfach nicht so viele. Es gab viele Adventskalender. Es kommen jetzt auch die ersten Lösungen rein. Ist schon eine richtige dabei? Ja, es ist eine richtige, ja, aber die tut mir ein bisschen leid. Es ist eine richtige, also, eine richtige Lösung, was das Set angeht, aber nicht, was das Redaktionsmitglied angeht, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber jetzt können wir nicht drüber sprechen, warum. Aber es sind auch schon, ähm, Jetzt ist es auch, es sind zwei, zwei Antworten, die das Set richtig vorstellen, ähm, aber falsches Redaktionsmitglied nennen und eine, die eine, äh, eine, eine richtige Antwort ist bisher dabei. Naja. Schavierig. Ja, ich war gespannt. Ist ein, ist eine schwierige Frage. Mhm. Aber ist gut, dass, ähm, den Teil heute, also den Podcast hören wahrscheinlich heute eh nicht mehr so viele Leute, ähm, deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere klitzekleide Tipp drinne war. Ja, ich muss die nächsten Tage mal noch vorbereiten, damit das nicht immer so spät kommt. Vielleicht kommt irgendwann auch nochmal ein Podcast morgens, aber drauf verlassen, äh, ein Podcast, ein Adventskalender morgens, aber drauf verlassen würde ich mich nicht. Weißt du, was ich festgestellt hab? Nee, was denn? Boah, wie spontan! Ich lese gerade nebenbei noch Kommentare. Okay, ich warte einfach, bis du fertig bist. Nee, ich wollte nur nebenbei verhindern, dass jemand in die Kommentare vom Adventskalender die Lösung schreibt. Das passiert nämlich schon mal ein bisschen. Ähm. Ja, sie gehen ein paar in die richtige Richtung. Sorry, ich hab eine Viertelstunde recherchiert und ehrlich gesagt, keine Ahnung, sorry, ich passe. Respekt an alle, die es wissen und kennen, an alle anderen viel Erfolg beim Suchen und Finden. So, was hast du festgestellt, Rick? Ähm, ich hab mich ja in der letzten Zeit ein bisschen mit den Rezensionen wieder auseinandergesetzt, weil wir, ähm, ähm, äh, rausgefunden haben, dass wir nicht alle Rezensionen angezeigt bekommen, sondern nur die, ähm, aus dem deutschen Store und nach allen anderen müssen wir aktiv suchen. Ähm, ähm, jetzt ist in der vergangenen Woche weltweit, laut meinen Recherchen, die nicht vollumfänglich sind, ähm, ich hab übrigens, es sieht so schön aus, wenn du, ähm, auf der japanischen, äh, iTunes-Seite guckst, ähm, wie, wie schön unser, äh, Podcast da aussieht. Das sieht irgendwie so niedlich aus mit diesen Zeichen und so. Ah, ich find das herrlich. Ähm, weltweit gab's eine einzige Rezension, aber ich habe festgestellt, dass wir in Amerika, äh, fünf Sterne haben. Ähm, keine Rezensionen, also keine verschriftliche, aber wir haben fünf Sterne, ähm, in Amerika. Und, ähm, es müssen ja, glaub ich, mindestens fünf oder zehn Rezensionen, äh, erscheinen, bis, ähm, äh, so eine Sterne, ähm, Geschichte überhaupt, ähm, dargestellt wird. Das kann sein. In Japan haben wir keine fünf Sterne. Nein, nein, haben wir nicht. Konnichiwa. Um einfach... Arigato. Um einfach mal einen Gruß da zu lassen. Ja, aber du hast eine, eine Bewertung haben wir eine neue, oder? Eine, eine haben wir von, äh, PJW1974, ähm, er schrob, top, Glückwunsch zum 50. Podcast nachträglich. Wo bleiben die Fanartikel? Shirts, Tassen, Minifiguren, Popsockets wären super. Lukas und Rick, ihr seid der Hit. Das hab ich doch schon mal gelesen irgendwo. Ähm, Glückwunsch, äh, zum 40. Podcast. Ja, vielleicht, vielleicht war das eine aktualisierte Bewertung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo bleiben die Fanartikel? Ja, ja. Also, ich hab ein Popsocket. Ich nicht. Ich hab, ich hab auch Minifiguren. Ich nicht. Ich hab auch Minifiguren. Wuhu! Ich hab auch... Shirts. Ich hab alles. Ich bin einfach selber mein größter Fan. Deshalb kaufe ich mir die Sachen einfach nur für mich. Ähm. Ja, wir überlegen uns da noch was, wie wir das, wie wir das gut machen können. Deine Sachen sind ja unterwegs, Rick. Die kommen... Wuhu! Kommen bestimmt übermorgen an. Hast du, hast du mir auch ein Shirt da reingetan? Hast du vier Stück zusammengelegt oder was? Ähm. Sieben, dachte ich. Psch, psch. Da wissen die Leute ja, wie fett ich wirklich bin. Nee, ähm. Ich hab dir kein Shirt da reingepackt. Das musst du selber wissen. Aber du kriegst eine Minifigur, ähm, wo du mir dann erstmal sagen kannst, wie dir das Design gefällt. Ähm, weil ich hab dazu das passende Shirt. Das liegt jetzt auch gerade hinter mir. Aber das kannst du nicht sehen. Wow. Das ist... Du siehst sogar ein bisschen was. Da ist was. Okay. Aber ich halt's zu. Damit du nicht so viel siehst. Ähm. Ja. Die Minifiguren sollten ja noch eine Überraschung sein. Kommen dann aber demnächst, äh... Komm, posten wir bestimmt doch mal ein Bild irgendwo. Ja. Also wenn ich was kriege, poste ich das ja immer auf einer, äh, Plattform, die ich, äh, die hier nicht genannt werden darf. Hm? Was ist denn für eine Plattform? Kenn ich nicht. Wo findet man dich denn da? Nirgendwo. Ich möchte jetzt aufhören. Ich möchte Feierabend machen. Rik, kann ich dir... Ist alles okay? Ja. Bist du krank? Nein. Nein. Ja, nicht mehr. Nicht mehr als sonst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Doch. Wofür machen wir das denn dann hier? Also der Rik heißt T-Plays auf Instagram. T-H-I-E-M-P-L-A-Y-S. So findet man den da. Folgt dem mal. So. Kann ich ja nicht mit ansehen. Ich sag da nix so. Gar nix. Es gibt übrigens, äh, ähm, äh, äh, Stone Wars auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Könnt ihr überall ein Follower dalassen. Könnt ihr abonnieren, ähm, Likes dalassen, äh, wie bescheuert. Kommt auf stonewars.de, ähm, schreibt uns Kommentare zum Podcast, zu den einzelnen Artikeln, ähm, macht mit bei dem, äh, Adventskalender. Wir wünschen euch von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht weiterhören in diesem Podcast. Mich zumindest wird man in diesem Jahr nicht mehr hören. Dich wird man in diesem Jahr noch hören. Mich wird man erst im neuen Jahr wieder hören. Äh, von daher alles Liebe von mir und, ähm, hab viel Spaß mit Lego. Hab viel Spaß miteinander. Und, äh, hab viel Spaß am Leben. Küsschen aufs Nüsschen. Das ist eine sehr nette Abmoderation. Ich möchte auch noch ein paar Worte sagen. Ich komme zwar noch mal in die, also in der, ähm, Sonderfolge. Rezension für. Sonderfolge. Für Star Wars in der Sonderfolge. Aber ich wollte mich gerne trotzdem auch noch für. Lebkuchen bedanken. Für das Jahr bedanken. Nee, für Lebkuchen auch natürlich. Und für alles andere. Für die netten, ähm, Mails, die ich bekommen habe. Für die netten Briefe, Pakete, alles. Aber auch einfach für. Das Jahr und wie sich Stone Wars entwickelt hat. Und sind wir mal ganz ehrlich. Also ja, wir arbeiten da natürlich auch dran. Aber ohne. Das klingt immer so doof und so schmalzig. Aber ohne die Fans, Leser, Kommentatoren, Zuhörer. Wäre Stone Wars nicht das, was es ist. Stone Wars lebt ganz massiv davon, dass wir einen wunderbaren Ton in den Kommentaren haben. Dass wir eine Interaktion haben. Vielleicht durch den Podcast. Ähm, aber auch unter den Artikeln. Fast alle Leute sind freundlich zueinander. Ähm, und das ist für mich als Betreiber dieser Seite einfach nur der absolute Wahnsinn. Eure Unterstützung, euer Verständnis für Werbung, wenn man mal welche macht, ähm, ist einfach großartig. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Äh, wir werden im neuen Jahr noch ganz, ganz viele Sachen ausprobieren. Bestimmt, hoffentlich. Ähm, und davon auch ein bisschen was umgesetzt kriegen von den Dingen, die in unseren Köpfen sind. Deshalb vielen Dank an der Stelle. Habt schon mal wunderschöne Weihnachten. Weil auch wir hören uns erst nach Weihnachten wieder. Ich wünsche euch dann aber nächste Woche erst den guten Rutsch. Und, ähm, habt eine ganz tolle Weihnachtszeit. Und verzeiht uns die wahrscheinlich kürzeste Stone Wars Folge aller Zeiten. Nein, nicht ganz. Aber sie ist kürzer als sonst. Und ich komm pünktlich ins Kino. Das freut mich. Also. Gerade wo du das gesagt hast, das hab ich, das hätte ich nicht vergessen dürfen. Aber vielen lieben Dank für die, äh, dass ihr auch mich so nett aufgenommen habt. Hier in dem, äh, Kreise, es war ja, ähm, es ist ja nur dein, dein, äh, Baby. Und, ähm, ich darf es mitenträumen. Ein, ein Jahr Rick bei Stone Wars. Genau, ja. Vielen Dank auch an dich. Ah, danke dir, dass ich, äh, dabei sein darf. Ähm, aber auch danke an allen, die mich so schön aufgenommen haben. Vielen lieben Dank für eure Geschenke. Hört auf damit. Ich, äh, hab jetzt genug, ähm, für Lego. Ich kann mir mein eigenes Lego jetzt leisten. Es ist so lieb von euch allen. Aber, ähm, hört auf damit. Aber Lebkuchen würde ich nehmen. Ach ja. Es war ein, es war ein wunderschönes Podcast, ja. Ja. Ähm, mit dir. Mit dir auch. Ein Jahr, ein Jahr Podcast mit Rick. Wow. Oh, jetzt krieg ich, ich krieg schon so, wirklich so Gänsehautgefühle gerade. Das kommt jetzt nach draußen. Die Leser sind jetzt so, oh, können die jetzt, können die jetzt mal endlich Feierabend machen? Ich möchte ins Bett, oder? Ja, wir können es ja machen wie bei, ähm, Löwenzahn. Abschalten. Abschalten.